Hallo und herzlich willkommen zum Raustausch Nummer 20. Da sind wir mittlerweile schon. Ja. Und wir wünschen euch als allererstes einmal einen frohen Nikolaus. Genau. Ja, wir haben uns gedacht, im Dezember werden wir mal unsere Podcast komplett dem Thema Rückblick auf 2014 widmen. Genau, weil das Jahr neigt sich ja dem Ende zu. Weihnachten steht vor der Tür, heute ist Nikolaus. Hoffentlich hattet ihr alle schön was euren Schüchen. Und ja, deswegen wollen wir mal gucken, was ist eigentlich dieses Jahr so passiert. Und zwar in verschiedensten Bereichen. Und ja, da werdet ihr jetzt den gesamten Monat über verschiedenste Podcasts von uns geguckt. Ja. Und wir haben uns gedacht, wir fangen mit dem im Prinzip ein Anführungszeichen uninteressantesten an. Nämlich einfach so ein paar News, die wir lustig, sehr negativ, sehr skurril oder so fanden. Nächste Woche werdet ihr dann unsere Diskussion über die Themen, die Aufreger, die Debatten des Jahres hören. Dann zum Beispiel über die total überzogene Sexismus-Debatte. Genau. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und dann natürlich übernächste Woche die Spiele, die rausgekommen sind. Das ist ja das Wichtigste. Und am 27.12. gibt es dann noch unseren Ausblick auf 2015, von dem wir annehmen, dass es ein hervorragendes Spielejahr werden wird. Ja. Und falls man es hört, ich bin ein wenig krank, ich werde versuchen, alle lauthaisen Huster herauszuschneiden. Ja, sollte es mir nicht gelingen, entschuldige ich mich schon mal im Voraus. Ja, wir werden versuchen, so viel aufzunehmen wie möglich, wie es Grauthunds Stimme hergibt. Ja, mal gucken, wie weit wir kommen. Ja. Genau, und dann fangen wir jetzt an mit den News, die dieses Jahr so erschienen sind. Und zwar haben wir es eingeteilt in überraschendes Positives, in Negatives und in äußerst Skurriles, was den größten Part einnehmen wird. Ja. Und ja, wir fangen erstmal an mit dem Positiven. Und da hat gleich am 7.1., also da habe ich mal gesagt tendenziell positiv, Sony seinen Cloud-Streaming-Dienst PlayStation Now angekündigt. Ah ja, das war stimmt, das war ganz am Anfang des Jahres noch. Und ich sage mal, prinzipiell positiv sage ich, weil neue Möglichkeiten potenziell günstiger Spiele zu bekommen, sind ja nicht schlecht. Die sind erstmal nicht schlecht, das stimmt. Und ja, aber vor kurzem ist ja die Beta gestartet und die Preise, die da zu sehen waren, waren ganz schön happig. Ja. Sowas wie 3 Euro für einen Tag oder so. Wo man so dachte, okay, da kann ich auch in die Videothek gehen und es mir da leihen. Und billiger. Ja, also, aber muss man sehen, ich denke mal, da probieren sie noch rum und ich hoffe, dass Sony da eine positive Preispolitik findet. Und es ist natürlich, wenn man in so ein Spiel einfach mal nur reingucken möchte und dann sich für 1 Euro oder so bis für einen Tag mal leihen kann da und streamen kann, dann kann das natürlich was sehr Positives werden. Ja. Aber das muss man sehen, aber ich habe es mal unter tendenziell positiv vermerkt. Kann auch noch ein negativ aufsteigen, man weiß es nämlich. Ja. Ja, am 14.1. kam da etwas, was dich sehr erfreut hat. Oh ja, die offizielle Ankündigung von A-Wolf. Ach ja, das war... Ich weiß nicht, ich habe den ersten Trailer, das erste Gameplay, was sie damals gezeigt haben, als sie es angekündigt haben von den Left 4 Dead-Machern. Kommt hier ein neues Spiel, auch wieder so arenamäßig so ein bisschen, halt 4 gegen 1. Ja, das fand ich schon bei der Ankündigung allein, das hat mich schon so ein bisschen gefixt und dachte so, cool, das hat sich stark an, Monster zu spielen, Jägerplatz zu machen oder dann als Jäger dieses Monster zu jagen. Und ich muss sagen, es hat sich bisher alles bestätigt. Ich bin extrem gehypt, was dieses Spiel angeht. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, vor allem jetzt haben sie ja vor kurzem, gestern, vorgestern irgendwie so, haben sie ja nochmal vier oder fünf neue Spielmodi noch gezeigt. Und dazu hier ist mal Gameplay-Material. Und es zeigen die ganze Zeit neue Charaktere, die ebenfalls noch im Spiel sein werden, verschiedene Hunter-Klassen. Ja, also das ist... Und bis jetzt sieht alles wirklich super aus. Ich freue mich riesig darauf. Das wird auf jeden Fall gekauft, gespielt und so weiter. Ja, übrigens, ich habe jetzt hier nicht jede Ankündigung dieses Jahr war drin, keine Angst. Nur Evolve fand ich schon als was Besonderes, weil da einfach mal ein neues Spielkonzept angekündigt wurde, was es so bis dahin noch nicht gab. Und sogar ich als eigentlich strikter Multiplayer-Verweigerer bin davon relativ gehypt und werde da sicher auch mal reingucken. Wahrscheinlich bei dir. Ja, das stimmt wohl. Ja, am 20.01., das ist jetzt nur so eine kleine Randnotiz, weil ich das ganz interessant fand, Bandai Namco, beziehungsweise in Japan Namco Bandai, jetzt weiß ich auch, warum ich das immer verwechsle, weil es einfach in den verschiedenen Regionen der Welt anders heißt. Achso, okay. Ist die einflussreichste Videospielfirma aus Japan. Ach, okay. Vor Sony, vor Capcom, vor Nintendo. Okay, das kriegst du lieber nicht mehr. Hat ein Bericht des Tokyo Kizai Corporate Power Rankings ergeben. Und ja, das fand ich schon ganz schön krass, weil Bandai Namco bringt viel raus. Und zwar immer mit nicht so hohem Budget. Aber offenbar haben sich so Sachen wie Dark Souls, dass sie denen eine Chance gegeben haben. Hat sich halt gelohnt. Und Details Off-Reihe und so, hat sich offenbar gelohnt für sie. Und mir ist diese Firma an sich auch relativ sympathisch, weil die nicht so viel mit komischen DLCs machen. Die sind eigentlich immer relativ fair und auch bei YouTube nicht rumspinnen. Ja. Also deswegen, finde ich, verdient, Daumen hoch für Bandai Namco. Yay. Ja, das fand ich auch ganz interessant, weil ich mich auf das Spiel sehr freue. Am 25.01. wurde nach 36 Stunden bereits Kingdom Can Deliverance erfolgreich gekickstartet. Das ist auch im Januar schon gewesen. Meine Güte. Und damals wurde es noch finanziert mit 300.000 britischen Pfund. 300.000 britischen Pfund. Und wenn man weiß, wie das Spiel aussieht, dann weiß man, dass da definitiv noch mehr Geld reingeflossen sein muss im Nachhinein. Ja. Mittlerweile ist man wohl so bei 1,6 Millionen. Haben sie nicht sogar einen Publisher mittlerweile? Ja, und es gibt wohl jetzt mittlerweile auch Publisher, die erkannt haben, dass da Potenzial drinsteckt. Ja. Ganz kurz, was ist das? Das ist ein Mittelalter-Rollenspiel ohne Fantasy. Genau, es ist halt richtig, also es soll so nah wie möglich an den Realismus angelehnt sein. Es gibt auch wirklich richtige Mittelalter-Dörpchen und so weiter. Die Grafik ist auch sehr, sehr gut. Eine riesige, freie Spielewelt, wo man halt wirklich alles Mögliche sein kann. Wo halt auch die Spieler selber entscheiden, wie sie miteinander interagieren. Und wie die Welt denn sozusagen auch sein wird. Und ja, also es gibt bis jetzt erste Gameplay-Demos. Entschuldigung. Ja, es gibt bis jetzt erste Gameplay-Demos ja auch von diesen Spielen. Und die sind jetzt, also es ist jetzt nicht viel, man kann ein bisschen in der Welt herumlaufen, kann sich ein bisschen was angucken. Aber allein wie die Grafik ja schon aussieht, ist schon sehr beeindruckend. Und halt auch von dem Kamm-System so ein bisschen schon mal überzeugen. Und bis jetzt ist alles sehr positiv, was man gehört. Ja. Genau. Gut, das nehmen wir später mit rein in den Punkt, weil wir das als extra Punkt haben. Nur ganz kurz, Phil Spencer hat die ungesunde Abneigung der Konsolen-Fans thematisiert und kritisiert. Das fand ich persönlich ganz gut, dass auch mal einer der großen Konsolenhersteller sagt, nur weil ihr eine Xbox habt, müsst ihr nicht Sony hassen. Ja, ja. So. Ja. Dann machen wir einen Sprung zum 31.3. Ah, okay. Dann haben wir... Hast du da geschrieben? Die BPJM. Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Jetzt. Hm. Okay. Streicht Resident Evil 2 und 3 vom Index. Ja, brauchen wir nicht viel drüber sagen. Aber fand ich irgendwie ganz lustig, dass irgendwie, keine Ahnung, 20 Jahre oder so nacherscheinen, diese fiesen, fiesen Spiele endlich auch in Deutschland die Jugend verderben dürfen. Naja, ich meine, dass man das gesehen hat, das kann selbst heute noch China verstören. Es ist erstaunt, dass sie es weggenommen haben. Also. Genau. Am 31.3. ebenfalls hat Square geäußert, dass sie sich wieder vermehrt auf JRPGs stützen wollen. Mhm. Ähm, ja. Ich habe das jetzt mal mit reingenommen, aber gedacht, wenn man den Rest des Jahres gesehen hat, weiß man... Hm. Aber ihre Aussage war jedenfalls, zuletzt haben wir Konsolenspiele mit dem Vorsatz entwickelt, dass sie für einen weltweiten Markt geeignet sein sollen. Aber dadurch haben wir unseren Fokus verloren. Denn die Titel waren dann nicht nur für den japanischen Markt nicht mehr geeignet, sie waren zu unvollendet und sprachen auch das internationale Publikum nicht an, sagte der Vorsitzende von Square. Ja. Ähm, was, wie ich finde, nicht mal stimmt, weil Tomb Raider, Hitman, Deus Ex ist alles hervorragend angekommen. Das, was er auf die Fresse bekommen hat, sind die klassischen Square-Titel. Richtig. Die Final Fantasy. Naja, wahrscheinlich das meinte er mit, sie wollen sich wieder mehr auf JRPGs konzentrieren, dass halt wieder Final Fantasy besser wird. Ja. Deswegen sind wir auch von 2015 auch so gespannt dann, weil es sieht ja bis jetzt alles gut aus und es hört sich gut an und so. Genau. Ja. Am 1.4. Es war kein April-Scherz, sondern es ist wirklich passiert, Phil Spencer ist der neue Chef der Xbox-Sparte geworden bei Microsoft. Ja. Und ich bin mal ganz ehrlich, das ist das Beste, was Microsoft passieren konnte, weil dieser Mann die Spieler versteht. Ja. Unter ihm wurde der Kinect-Scheiß abgeschafft. Es wird sich wieder mehr auf Spiele fokussiert, nicht auf TV, TV, TV. Wie man vorhin schon kurz angehört hat, er sagt, wie ich finde, äußerst weise Worte und unterstützt diesen Konsolen-Krieg-Scheiß nicht auch noch. Also, ja. Und man sieht ja, seitdem er ist, Xbox hat sich ja erholt. Die sind ja mittlerweile auch bei den Verkäufen wieder näher herangekommen an Sony. Ja, und in iOS. In Amerika sind sie mittlerweile, sind sie wieder Force-Song. Auch wenn es insgesamt zwar Sony immer noch führt, hat auch den Black Friday, wurde auch von Sony gewonnen. Fand ich auch sehr krass. Aber ja, trotzdem ist Xbox halt wieder weitaus näher dran und kommt wieder halt mit. Ja, und ich sag mal, auch, wie gesagt, ich halte von dem Konsolen-Krieg nicht viel. Ich finde, wenn es zwei Konsolen gibt, für die gute Exklusiv-Spiele rauskommen und generell gute Spiele, dann profitieren doch alle davon. Ja. Deswegen bin ich froh... Ja, es war halt einfach nur, Xbox One hat damals halt diesen ganzen Scheißhals gehabt, wie mit der Ankündigung, mit dem Kinect und dieser dauerhaft an... also der ganzen laufenden Kamera-Ding. Ja. Es war halt bescheuert, wie sonst was. Aber sie haben mit Don Metric den legendärsten PR-Spruch aller Zeiten gebracht, was nie vergessen werde, wo er meinte, ja, also wenn Leute keine permanente Online-Anbindung haben, sollen sie sich doch die Xbox 360 kaufen. Ja, stimmt. War der beste PR-Spruch aller Zeiten. Das war... wow. Ja. Also dieser Mann hat seinen Job vollkommen zu Recht verloren. Oh ja. Ich sag sowas nicht gerne, aber doch, so ist es. Ja, am 4.4. etwas, was mich sehr gefreut hat. Und Amy Henning arbeitet an einem neuen Star Wars-Spiel, was bisher noch nicht angekündigt wurde. Wer ist denn Amy Henning? Amy Henning ist die ehemalige Schreiberin von Naughty Dog. Ach so. Stimmt, jetzt weißt du ja. Die dafür bekannt ist, äußerst gelobene Charaktere, zum Beispiel in der Uncharted-Reihe zu schreiben. Genau. Und ja, wenn die ein Star Wars-Spiel schreibt, dann bin ich da schon mal recht zuversichtlich, dass das was wird. Ja, hört sich schon mal gut an. Kann ja eigentlich nur gut weh haben. Mal gucken. Ja, und wie eben schon gesagt, am 14.05. ruderte Microsoft zurück. Ruderte Microsoft zurück, genau. Xbox ohne Kinect. Dan, dan, dan. Und billiger. Für 400 Euro, genau, wie die Playstation 4. Und ja, einige sagen ja, sie haben sich damit selber den Sargnagel gehämmert, weil sie von ihrer Linie abgerückt sind. Ich sage, das war das Einzige, was sie tun konnten. Ja. Weil sie haben halt sich so einen Marketing-Gau geleistet. Sie konnten nur noch zurückrudern. Und man sieht ja auch, dass es ihnen seitdem wieder besser geht. Und es tut mir nur ein bisschen leid für all die Leute, die jetzt Kinect dastehen haben und wissen, okay, dafür kommen wieder keine Spiele. Ja, das stimmt. Aber ich sage mal auch so, das hätte man sich auch vorher denken können. Naja, wie gesagt, das Problem ist halt wirklich, Microsoft hat es mit Kinect halt einfach versaut. Kinect selber ist ja gar nicht mal so schlecht, sage ich mal. Es kann theoretisch, kann man halt verdammt viele interessante und gute Spiele konzipieren. Das stimmt. Aber wie kommt auf diese bescheuerte Idee, dass dieses Ding dauerhaft an sein muss, wenn man die Xbox... Naja, und auch dieses, dass sie sich, was ich am schlimmsten fand, dass sie sich einmal am Tag einloggen muss online. Ja. Sonst verliert sie, sonst funktioniert sie nicht mehr. Richtig. Was ist denn das? Wenn man in den Urlaub fährt, muss man das bei Microsoft anmelden oder wie? So ungefähr. Also, ja. Es ist total bescheuert. Naja, und was noch alles war. Und dass halt auch wirklich alles damit erkannt wurde von der Kamera. Also, das war halt einfach reines Ausspähen, mehr oder weniger. Und das war zu der Zeit, wo eh gerade dieser ganze Spätskandal war. Ja. Also, es war halt bescheuert wie sonst was. Ja. Und deswegen ist es zwar schade mit der Kinect, aber wer weiß, vielleicht kommt da nochmal irgendwann was mit einer Kamera, wenn jetzt nochmal Virtual Reality richtig gut wird, denn auch mit der Brille, mit der Oculus Rift, und so weiter. Ich meine, mittlerweile hat ja Microsoft auch angekündigt, dass sie eine Brille machen, wie ich ja gesagt hatte, dass es kommen wird. Und ja, also wenn die ganzen Brille erstmal da sind, wer weiß, ob da nicht vielleicht noch die, wenn doch Microsoft den Bonus mit der Kinect hat, dass sie dann halt noch eine bessere Kinect machen, die halt nicht irgendwie dauerhaft im Online-Modus sein muss. Und die halt dann mit deinen Bewegungen, wenn du halt die Brille aufpasst und dann halt wirklich komplett in der Virtual Realität bist. Also sprich, wenn du halt deine Hand bewegst, dann auch wirklich deinem Spiel deine Hand bewegst. Ja, das kannst du mit der Brille sehen. Also es gibt halt sehr, sehr viele Möglichkeiten, was man noch als dieser Kamera tun kann. Sie müssen es halt nur entwickeln und gut verkaufen. Ja. Ja, am 16.05. etwas, was mich sehr beruhigt hat, eine Umfrage der NDP Group, ich habe erst NPD Group geschrieben aus Versehen, ergab, dass 74% aller Spieler die Disk-Version der Spiele bevorzugeben. Das ist gut, ja. Also so viel zu, das braucht doch kein Mensch mehr, was die Publisher uns alle verkaufen wollen. Es ist alles nur noch digital, Disk-Version braucht kein Schwein mehr. Es ist ja bescheuert, wenn ich allein daran denke, Mord aus Schatten. Wenn ich das mir gedownloadet hätte bei Steam, das hätte Tage gedauert. Ja. Ich habe jetzt, ich habe schon eine 16K-Leitung, aber selbst mit der hätte es wirklich den gesamten Tag gedauert, wenn ich diese 40 Gigabyte gedownloadet hätte. Ja. Und so war es halt, ich hatte vier oder fünf CDs, DVDs, ja, und dann halt installiert und es war innerhalb von, ich glaube, einer Stunde oder anderthalb war es fertig. Ja. Also, Disk hat sehr, sehr viele Vorteile. Ja, und wie gesagt, ich bin ja wirklich, gebe ich zu, ich bin ein Sammler. Ja. Gut, im Moment habe ich kein Regal, weil ich hier in Kisten lebe, aber ich stelle mir die Dinger eigentlich gerne ins Regal und gucke und sehe sofort, wenn ich was altes spielen will, greife ich es raus und lege es ein und spiele. Ja. Wenn ich momentan, dadurch, dass ich PCler eigentlich nur bin, habe ich halt die meisten meiner Spiele bei Steam. Ja, es spricht ja auch nichts dagegen, ich verstehe diese extreme Haltung nicht so. Es darf nur eins von beiden liegen. Ja, das ist so. Das ist bescheuert. Ja. Ja, am 4.6. kam etwas, was dich sehr erheitert hat, was ich aber trotzdem positiv vermerkt habe. Ja, das war, Obama hat Polen ein Besuch abgestattet und Polen hat Obama ein Spiel geschenkt, nämlich Witcher 2. Ja, das hat er es schon vorher gemacht, zwei Jahre vorher, als Polen da war. Ach so. Und als er dann in Polen war, hat er dann... Okay, so rum war es. Okay. Ja, also Witcher 2 war ja das Thema und dann hat Obama das halt sehr gelobt, dieses Spiel und hat auch Polen dafür gelobt, dass sie halt die Spieleentwicklung unterstützen. Allerdings muss man sagen, ich habe es damals falsch verstanden, wie viele andere auch, weil es sich sehr lustig angehört hat, so wie Obama geredet hat, aber bitte so, wie es auch rübergebracht wurde, hat es sich so angehört, als ob Obama gesagt hätte, ja, Polen ist eigentlich nur wegen Witcher 2 oder generell wegen der Witcher-Reihe eigentlich so mit der Weltwirtschaft bekannt und erfolgreich. Ja, und so war es nicht gemeint, weil Polen hat ihm nämlich auch nicht nur Witcher 2, sondern einen Geschenkkorps sozusagen mit vielen Produkten aus Polen gegeben und er hat es als eines der Zeichen für ihre Rolle in der Weltwirtschaft bezeichnet. Und ich muss sagen, ich habe es als super positives Zeichen empfunden, dass Polen wirklich stolz auf CD Projekt Red ist und wirklich sagen, wir machen gute Videospiele. Das ist etwas, was man gegenüber anderen Ländern betonen kann. Und das fand ich wirklich, wo wir in einem Land leben, wo es zwar weniger wird, aber Videospiele von der Politik größtenteils immer noch so als, oh, also dieses Zeug, was aber die Jugend verdirbt und Amokläufer schafft, gesehen wird, fand ich das als super positives Zeichen. Ja, natürlich, das Ding ist nicht mehr, das Hauptproblem, dass diese Meinung ist ja wirklich schon so langsam ein bisschen weiter weg. Das Problem ist halt einfach nur, wie halt ich spiele trotzdem immer noch behandelt werden, ist ja so abartig. Also das beste Beispiel ist ja immer noch der Deutsche Game Award. Das bescheuert sie überhaupt, wie sie da mit den Spielen umgehen und dann, welche Spiele sie da auszeichnen und ja, ist ja alles ganz toll und so nach dem Motto, wir würdigen in Anführungszeichen euch. Ja genau, wir würdigen in Anführungszeichen euch im Hinterkopf, da gehen sie so, ach, was sind das all für Nerds. Es ist wirklich so, also naja. Es ist halt immer noch diese Haltung, in Deutschland muss sich immer noch so ein bisschen ändern. Ja, vom 10. bis 12.6., ich weiß nicht genau wann es war, jedenfalls während der i3, hat Sony Shareplay angekündigt. Ah ja. Und das ist quasi, dass nur ein Freund, also wenn man im PSN gefreundet ist, muss sich nur einer das Spiel kaufen und der andere kann es kostenlos von seiner Konsole streamen. Genau. Und es wurde zum ersten Mal bei Far Cry 4 vorgestellt. Man muss aber sagen, zumindest da war es eingeschränkt. Genau. Und man hat halt Keys bekommen für jeweils 2 Stunden und davon 10 Stück. Und wenn die alle waren, dann waren halt alle. Genau. Aber ich muss halt sagen, prinzipiell ist es eine tolle Sache und selbst wenn es beschränkt wird, gibt es einem trotzdem die Möglichkeit, kostenlos in ein Spiel reinzugucken, ob es für einen selber interessant ist. Und mittlerweile haben sie ja auch gesagt, es ist auf eine Stunde beschränkt, erst mal. Dann wird der Stream abgebrochen, aber dann kann der andere Freund einen sofort wieder einladen, man kann sofort weitermachen. Das ist einfach nur so ein kleines Hindernis, damit Leute vielleicht sich denken, ah, vielleicht kaufe ich es lieber doch. Genau. Aber prinzipiell finde ich es eine super coole Sache, wo richtig gut an die Community gedacht wurde. Ja, wenn das natürlich auch mit einem Spiel auch noch so gut unterstützt wird, dann ist natürlich super, ist halt eine super Deo, sage ich mal. Man kann sogar die Spiele damit an den Mann bringen. Und ja, und Leute können trotzdem miteinander zocken, auch wenn jetzt jemand das Spiel nicht hat. Hat nur Vorteile. Ja. Ja, am 17.07. Da waren wir vorhin schon mal bei dem Weglassen von Kinect, wurde bekannt gegeben, dass die Xbox One Verkäufe nach dem Kinect Verzicht verdoppelt haben. Ja. Und lustig fand ich, zuvor hat Microsoft noch angegeben, dass sie an die Standalone Verkäufe von Kinect glauben. Davon hat man aber nie wieder was gehört, dass irgendwer sich Kinect gekauft. Ja, also, ja. Ja, damit wurde unsere These eigentlich perfekt untermauert, das ist das einzige Mal, was sie tun konnten. Ja. Und, wie gesagt, mich freut es, wenn es den großen Spieleherstellern gut geht, denn das heißt, sie können große Spiele für uns machen. Das stimmt wohl. Wahre Worte. Ja, das fand ich auch ganz schön. Sony lehnt EA Aces ab. Abuseurs von EA. Ah, stimmt. Ja, genau, das war das von EA, wo sie gesagt haben, oh, wenn ihr EA Access habt und dafür was weiß ich, wie viel Geld am Euro bezahlt, für Folgen oder so, dann könnt ihr Spiele schon Wochen vorher spielen. Vor allen anderen. Und Sony hat gesagt, nö, wir haben PS Plus, sowas brauchen wir nicht. Und man muss ja sagen, im Nachhinein hat sich das halt schon wieder als ziemlich schöne Rederei von EA herausgestellt. Richtig. Denn, nehmen wir mal das erste große Beispiel, wo man wirklich lange, wo man ein Spiel weit vorher spielen konnte, das war Dragon Age Inquisition. Ja. Man konnte es drei Tage vorher spielen für sechs Stunden. Ja. Das dafür bezahlt man dann. Das war echt... Das heißt, man bezahlt für Demos. Ja. Im Prinzip. Ja. Teure Demos in dem Fall. Gut, man kann auch alte Spiele umsonst dann spielen, für weniger als wenn man sie sich kauft. Aber die Auswahl ist bisher auch noch nicht toll. Kann ja sein, dass es nochmal besser wird, aber ich fand das von Sony ein super gutes Zeichen, dass die EA den Branchenriesen mal gesagt haben, ey Leute, brauchen wir nicht. Geht damit zu Microsoft. Und die haben ja das genommen. Ja. Ja, am 13.8., das musste ich einfach auch als Ankündigung nochmal erwähnen, gab es dann den brillanten Marketing-Move von Kojima. Der Kojima-Fanboy. Ey, dann ist das genauso brillant. Das ist genial. Ja, danach kommt was, was Kojima-Fanboy-Tum ist, aber erstmal, ja, und zwar Silent Hills. Ja. PT wurde auf der Gamescom angekündigt, wir haben einen Podcast dazu gemacht, weil wir so begeistert waren. Ja, PT war, wow, genial. Der erste spielbare Teaser der Videospielgeschichte und was für einer. Das war, wow. Und vor allem dann halt dieses Ding, man hat zuerst dieses PT halt gespielt und im Nachhinein hat man festgestellt, Moment, wenn man das Rätsel dann löst, dann kommt erstmal ein Trailer und dann wird Silent Hills angekündigt. Also das war einfach nur großartig. Man weiß einfach, wie Marketing geht. Ja, und vor allem, wie er es damals so komplett trocken auf der Bühne vorgestellt hat. Na, er ja nicht mal. Oder genau, ja. Er hat Metal Gear Solid gezeigt, ist dann gegangen. Genau so. Und dann wurde ohne Zusammenhang zu ihm einfach PT vorgestellt. Und man dachte auch erst, so wie der Trailer dazu war, dachte man auch erst, das ist so ein, ja, so ein Pseudo-Schocker. Genau. Und dann hat man es gespielt und allein dieser Teaser war schon von so überragender Qualität, ja, dass der Hype-Train in Richtung Silent Hills aber mal sowas von losgefahren ist. Oh ja. Ja, und jetzt kommt ein bisschen Fanboy-Tum. Okay, jetzt Fanboy-Kojima. Ja. Ich mag es einfach, dass der so Kleinigkeiten macht. Am 23.9. wurde bekannt gegeben, dass Lysa, die nette Geisterdame aus PT, in Metal Gear Solid 5 vorkommen wird. Und zwar als Ablenkungsgummipucke. Da kann man ja diese Platten werfen, wo dann auch welche Gestalten rauskommen. Und sie kann man halt in die Gegend werfen und dann rennen alle schreiend weg, weil sie Angst vor ihr haben. Finde ich großartig. Oh man. So, und nachdem jetzt der Kojima-Fanboy sich ausgelassen hat, sind wir eigentlich schon in der Gegenwart mehr oder weniger, weil das ist ja eine Woche ungefähr zurück. Am 28.11. kam endlich der erste Star Wars-Teaser Episode 7, The Force Awakens. Und zwar ein richtig cooler, nicht so wie Teaser sonst sind, so zwei Minuten Text und dann kommt einmal kurz ein kurzes Bild und das war dann der Teaser, sondern richtig, wo gezeigt wurde. Die X-Wings sind wieder da mit den Original-Sounds und den Millennium-Pfeifen. Ja, und die CIS-Komm wieder und alles Mögliche, da hat wieder rausgehustet und alles Mögliche richtig cool und dieser ganze Teaser war. Und ich glaube, jeder hat sich einfach mal am Anfang erschrocken. Ja, ja. Ich hab mich auch voll erschrocken, als halt, du siehst einfach nur dieses Bild, diese Wüste, Wüste, wie es auch immer war, bam, kommt diese Musik so extrem laut und der Typ steht direkt vor einem. Ja, und also was dieser Teaser geschafft hat, ist, dass, er hat ja noch nicht viel gezeigt von der Story und so, aber er hat's geschafft, dass man gesehen hat, dass J.J. Abrams verstanden hat, was Star Wars ausmacht. Ja. Und, äh, ja, wer mal einen erwachsenen Mann, der Star Wars liebt, weinen sehen möchte, dem verlinke ich hier mal die Reaktion der Rocket Beans auf den Teaser, äh, ja, göttlich. Ja. Wie, ihr werdet einen erwachsenen Mann in Tränen sehen, weil er so glücklich ist über diesen Teaser. Ja. Ja. Das war, dieser Teaser, das war schon echt genial. Übrigens, wir finden das Laserspread auch unlogisch, aber trotzdem geil. Ja, das Laserspread ist so awesome, ich meine, der ist so badass und auch wenn diese zwei Mini-Laserstrahlen irgendwie keinen Sinn ergeben, aber egal. So, und wir bleiben bei Star Wars und starten dabei aber an die negativen News. Und zwar wieder am Anfang des Jahres. Genau. Ja, am 17.1. hat Disney nämlich die Markenrechte für Star Wars 1313 auslaufen lassen. Ja. Dieses Spiel, wo sich viele drauf gefreut haben, was bombastisch aussah, wird also aller Wahrscheinlichkeit nach nicht kommen. Naja, es wird niemals kommen, ich meine, mittlerweile haben wir jetzt Ende des Jahres und es ist keine neuen News außer Negativ. Naja, also theoretisch könnte EA sagen, sie kaufen sich jetzt die Markenrechte für Star Wars 1330, wenn sie unbedingt wollen würden. Aber offenbar wollen sie nicht. Also es kann natürlich genauso gut sein, dass sie erstmal warten, bis Star Wars Battle Front 3 und, ähm, weil dann zweites Spiel hatten sie noch gerade eine Mache, ne? Äh, ja, sie haben noch ein Star Wars Spiel in der Mache, wo sie aber noch nicht gesagt haben, welches. Genau. Also sie haben noch zwei Star Wars Spiele, die ja gerade noch eine Mache und wer weiß, vielleicht, wenn die beiden, äh, fertig sind, sag ich mal, dass sie dann vielleicht sagen, gut, jetzt holen wir doch das noch raus, äh, wenn dann halt die neuen Star Wars Episoden dann auch kommen. Ja. Kann ja sein. Ich bezweifle, es zwar ziemlich, dass es kommen wird, aber wer weiß, wer weiß. Äh, ja, dann am 24.01. ist eigentlich nur kurz eine Erwähnung, gab es halt diesen kleinen Skandal, dass ein Mitentwickler von Assassin's Creed 1 und 2 behauptet, dass sogar der Programmcode für Animationen in World of Schatten aus Assassin's Creed geklaut wurde. Ähm, ja, dass Animationen 1 zu 1 geklaut wurden. Wie gesagt, habe ich damals schon mal gesagt, ich glaube es irgendwie nicht so richtig, dass die jetzt wirklich, ich meine, die haben es offensichtlich daran orientiert, es ist ziemlich genau dasselbe, das stimmt, aber ich glaube nicht, dass die jetzt original Programmcode geklaut haben, weil so dumm ist, glaube ich, einfach keiner. Ja. Ne, es sieht ja wirklich schon sehr ähnlich aus, man sagt ja auch, bis heute, Mono in Schatten ist halt eine Mütchung aus Assassin's Creed und Batman, ähm, es sieht alles sehr ähnlich aus, aber eine Güte. Es war trotzdem ein gutes Spiel. Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, ja, dann machen wir weiter mit EA, die sich dieses Jahr wieder mal viele schöne Äußerungen geleistet haben. EA ist doch jedes Jahr am Arsch. Ja, ähm, ja, und zwar haben sie geäußert, dass die Bugs den Verkauf von Battlefield 4 nicht negativ beeinflusst haben. Ja. Ja. Die sind auch schlecht. Ja. Ähm, Peter Moore, der eigentlich sogar als einer der sympathischsten da noch gilt, sagte nämlich, also ja, wir haben Auswirkungen der Current-Gen-Schwäche gesehen, aber wir sind nicht der Meinung, dass diese auf irgendwelche Qualitätsprobleme zurückzuführen sind. Das ist so bescheuert. Ja, also, wie kann man denn sowas sagen? Naja, EA sagt halt, ja, wir können machen, was wir wollen, unsere Spiele werden eh gekauft. Die verdienen uns dumm und dämlich. Wir können jeden Scheiß machen. Ja. Und alle kaufen's. Das ist dem Kack egal. Übrigens, nur noch mal ganz kurz, nicht, dass ihr euch wundert, so Sachen wie, äh, zum Beispiel Assassin's Creed Unity und sowas und unfertige Spiele werden wir jetzt hier nicht mit drin haben, weil unfertige Spiele haben wir mal als ein eigenes Thema im Podcast nächste Woche mit dabei. Oh ja. Nur, also wir gehen jetzt hier nur so auf so kleine News ein, die uns geärgert haben oder gefreut oder was auch immer. Genau, ähm, ja, das hab ich einfach mal exemplarisch für das Jahr. Ja, Nintendo hat am 29.1. einen Gewinneinbruch von 30% bekannt gegeben und Gehaltskürzungen im Vorstand vorgenommen. Ja, die absolute Nintendo-Krise, wo ja schon Anfang des Jahres, wo ja schon viele gesagt haben, Nintendo ist jetzt am Ende. Ja, was... Und es wird jetzt nichts mehr weiterkommen und sonst irgendwas. Mittlerweile, es geht ihnen ja schon wieder gut, weil, äh... Na, jetzt kommen halt ihre Qualitätsspiele, die sie nun mal haben. Naja, natürlich, wir haben jetzt, jetzt momentan, was Smash Bros. ist jetzt rausgekommen, für 3DS ja schon so in der ganzen Weile, für Wii U jetzt gerade aktuell, äh, draußen verkauft sich wie geschnitten Brot, ähm, wir haben auch, äh, andere Ankündigungen jetzt mittlerweile gehabt, auch für Lighthouse Zelda und, und, und eine komplett neue Spielemarke, halt... Star Fox, noch neues... Star Fox kommt auch noch ein neues, ähm, also vieles, was jetzt irgendwie noch mal, äh, für Wii U erscheint, Bayonetta 2 war ja auch noch, was ja auch ganz gut verkauft wurde, denke ich mal. Ja, weiß ich nicht, also in Japan hat es extrem schlecht verkauft, leider. Ach, echt? Ähm, ja, also weiß ich nicht, ich hab da keine Informationen zu. Na gut, aber, äh, wir haben auf jeden Fall viele Spiele jetzt rausgebracht, wir haben jetzt halt, äh, so ein bisschen, glaube ich, auch wieder umgeschaltet, ungedeckt, demnächst die ganze Wii U, Marken, äh, äh, PR-Debakel eigentlich war, äh, haben jetzt ein bisschen umgeschaltet, haben jetzt wieder so Sachen verkauft und, wie gesagt, 3DS, ähm, die neuen Pokémon-Edition, die jetzt wieder rausgekommen sind, sind natürlich auch wieder verkauft worden, wie geschnitten Brot, also Omega, äh, Rubin, Alpha 3, 4... Also, es geht Nintendo nicht schlecht, die Wii U ist nicht so, wie sie sein sollte, aber Nintendo hat Geld, um noch drei Konsolengenerationen zu verhauen, einfach weil die mit der Wii und dem DS und dem 3DS so viel Geld angehäuft haben, also das, man sagt, ich weiß gar nicht mehr, glaube ich, glaube ich, es wurde gesagt, ich habe, glaube ich, 25 Milliarden in der Rückhand noch. Ja, irgendwie so, also, irgendwie sowas, also, sie können sich sehr viele Fehler leisten, auch wenn, also, ich meine, sie haben sich schon mittlerweile, wir haben, ich, also, ich empfinde es jedenfalls, sie haben sich so ein bisschen erholt, auch wenn sie sich halt wieder PR-Debakel leisten, also, die da Nintendo 2DS war wieder so gescheuert. Der New 3DS. Der New 3DS, das war das bescheuertste aller Zeiten, also, wie kann man auf diesen gekloppten Namen kommen? Naja, aber ich habe mein Empfinden ist auch, dass ich mich freue, dass es irgendwie bergauf geht, egal obwohl. Ja, und es wird auch ein Zug, es wird auch nächstes Jahr, wird es ihnen immer besser gehen, sie werden neue Sachen rausbringen und, ja, also, man muss sich, ich glaube, Nintendo ist so eine Firma, die hat man immer so ein bisschen im Herzen, die ist immer da, die... Und die hat ja auch schon immer ihre Auf und richtig, genau, und es wird immer so sein, aber sie wird halt auch immer da sein, und sie wird immer mal wieder auch einfach mal Knaller rausbringen. Und wie gesagt, meine Vermutung ist ja, sie haben ja jetzt die Chance, ne, Wii U mal kack, die Sony und Xbox Series noch mit PS4 und Xbox One noch lange beschäftigt und entwickeln dafür alles, jetzt könnte Nintendo die extrem geilste neue nächste Konsole-Generation als erstes rausbringen. Und Yamamoto hat ja auch schon bestätigt, dass sie an einer neuen Konsole arbeiten, aber natürlich noch nicht sagen, was... Naja, aber da gibt es ja die Gerüchte, dass so eine komische Sportkonsole... Ne, die ist ja schon bekannt, das haben sie ja schon ankündigt, dass die geben wird. Er hat gesagt, sie arbeiten wirklich an der nächsten Hardcore-Konsole schon. Echt? Ja. Oh, da soll ich nicht mitbekommen. Ja, ähm... Naja, wie sagt, da, siehst du, meine Theorie, ne, das bestätigt sich alles. Also, wir bleiben mal bei so Meldungen, wo man so sagte, what the fuck, Warner's Priorität in der Entwicklung, äh, haben sie gesagt, ist die Entwicklung von DLCs für Arkham Origins, statt die Fehler rauszupatschen. Okay. Arkham Origins kamen mit haufenweise Bugs, einige davon sogar Gamebreaker, wodurch man nicht weiterspielen konnte, und dann hat halt irgendwer gesagt von ihnen, der Community Manager, glaube ich, sollten wir uns danach einem Patch widmen, werden wir uns darauf konzentrieren, den Spielfortschritt aufhalten, genau, die Spielfortschritt aufhaltenden Fehler zu finden. Er hat also einfach mal einem Nebensatz zugegeben, ja, es gibt Gamebreaker, wissen wir aber nicht, ob wir es patchen. Okay. Und so was finde ich krass, so was geht einfach gar nicht. Aber gut, da bin ich ein bisschen raus, weil wieder, ich hab die Arkham Reihen gespielt. Ja, aber nur mal so als so ein Zeichen, wie Firmen heutzutage denken. Erstmal DLCs, statt die Fehler rauszupatschen. Naja, Geld, Geld, Geld. Ich meine, es gibt genug Spiele, die halt auf dieser Kritik basieren. Ja. Ja, dann am 18.02. wurde in den UK der Nintendo Girls Club eröffnet. Das ist ein YouTube-Channel nur für Mädchen. Oh. Allein das muss, das ist genauso absurd wie das Ü-Ei für Mädchen. Ähm. Es wird von so einer blonden Püppi moderiert und ist eben nur für Mädchen gemacht. Alles in rosa und wir sprechen jetzt mal so. Ähm. Und ja, die werden halt einfach nicht als normale Spieler behandelt, sondern es ist super gekünstelt und so gemacht, dass es eben auch noch das blödeste Mädchen der Welt verstehen kann. Ist mein Empfinden. Ihr könnt es ja mal googeln, Nintendo Girls Club. Äh. Aber da saß ich wieder da und dachte, was ist das? Sind Mädchen keine normalen Spieler? Es ist... Äh. Ich hab, ich hab's mir nie angeguckt. Ich hab nur damals die Meldung, das kann ich mir noch erinnern, die hab ich auch gelesen. Hab's aber auch als, der wird abgeschoben beiseite und dachte mir so, nee, den Scheiß tue ich nicht an. Ja, ich hab es extra für die Recherche mir mal angeguckt und war äußerst perplex. Okay. Das Ding läuft wirklich immer noch? Ja. Erfolgreich? Hm. Ich glaub irgendwie 60.000 Abonnenten oder sowas. Na ja, geht ja. Hat ja mehr als wir? Verdammt! Ja, ähm. Ja, und am 18.02. eine sehr traurige Nachricht. Ah, hm. Original Games schließt. Das war, ja, das war böse. Ken ein neues, kleines Studio, was er gemacht hat. Und mit der Begründung, dass er in kleinen Teams, äh, neue kreative Ideen versucht umzusetzen. Ja. Es wurde, äh, ja auch versucht, es gab ja auch die Kickstarter-Projekte jetzt. Ja. Äh, ich hab das gar nicht mitbekommen. Äh, wurden jetzt eine erfolgreich? The Black Glove ist gescheitert. Ist gescheitert, das dachte ich mir. Das Survival-Spiel ist, glaub ich, erfolgreich geworden. Das war erfolgreich, ne? Ja. Ja, aber The Black Glove sieht man ja, ähm, ja, kaum ist kein großer Publisher mehr dahinter. Scheitern so experimentellen Projekte halt auch. Ja. Ja, also wer es, wer in der Name nichts sagt, das sind die Bioshock-Macher. Ja. Und der Bioshock-Erfinder, Ken Nivin, hat halt ein neues Studio gegründet. Und man muss aber auch dazu sagen, dass 2K wirklich, ähm, versucht hat, allen Entwicklern einen neuen Job zu verschaffen. Also die haben so einen offiziellen Tag der offenen Tür, wo irgendwie 25 Publisher gekommen sind und die haben alle einen neuen Job bekommen. Aber es ist halt nichtsdestotrotz traurig, dass, ähm, ja, dass dieses tolle Studio schließen musste. Und, mal gleich anschließend, 2K gesagt hat, dass sie die Reihe trotzdem am Leben erhalten lassen wollen. Was mir sehr Sorgen macht. Ja. Weil, ich persönlich fand ja Bioshock 2, was nicht vor den Originalmachern kam, auch gut. Im Gegensatz zu vielen. Aber trotzdem weiß ich nicht. Irgendwie denke ich, wenn das Studio geschlossen wird und euch Bioshock an sich nicht erfolgreich genug ist, dann lasst es doch einfach sein danach. Man muss abwarten, mal gucken, ob sie noch, äh, es kann ja sein, dass vielleicht, äh, oder dass der, äh, äh, Levine vielleicht auch nochmal doch zurückkommt. Oder halt dann, äh, äh, zu 2K und sagt, okay, komm, ich helfe euch nochmal ein neues Bioshock zu entwickeln. Ja. Es kann passieren, es wird wahrscheinlich nicht passieren, wer weiß. Kommt auch wahrscheinlich auch drauf an, wie seine kleinen neuen Experimentalen, Experimentalen, Experimente? Ja. Also, er ist ja immer von der Schirmherrschaft von 2K. Richtig. Also, die werden schon, also, also, Bioshock ist ja montan erstmal tot, sag ich mal, aber man wird sicherlich, ich denke mal schon, ich fühle es nicht mehr, wenn man nächstes Jahr schon irgendwas Neues wieder hören würde. Ja. Ja, meine große Angst ist ja, dass 2K immer gesagt hat, Bioshock braucht und wird im Prinzip zu lang entwickelt, um dann wirklich profitabel zu sein. Ja. Meine Angst ist, dass jetzt irgendwie ein Zwei-Jahrestakt Bioshock kommt, was dann nicht mehr diese Besonderheit hat wie 1 und 3. Das ist so, naja, aber wird man sehen. Muss man gucken, klar. Ja, am 7.3. ist Jack Tratton als CEO von Sony America zurückgetreten, zum 31.3. Ja, und es ist halt der Mann, der quasi die Playstation 4 und auch schon die 3 aus dem Boden gestampft hat und der quasi seit Jahren immer sehr sympathisch da auf der Bühne stand und immer einen guten Job gemacht hat, wie ich finde. Ja, und der Nachfolger ist Sean Layden, das ist der, den wir zum ersten Mal bei der E3 gesehen haben. Genau. Jetzt, der jetzt auch nicht schlecht war, aber wo wir auch schon dachten, na, irgendwie wirkt der nicht ganz so sympathisch. Er hatte ja, er hatte irgendwas Verschlagenes an sich. Ja, irgendwie, genau. Also, ob er irgendwie sowas im Hinterkopf hat, irgendwie so nach dem Motto, ich erzähle euch jetzt hier irgendwas und dann im Nachhinein trete ich euch alle raus. Ich meine, gut, bis jetzt bestätige ich das ja nicht. Unter seiner Herrschaft ist das mit dem Shareplay entstanden und alles. Wie man hört, unter seiner Herrschaft. Ja. Naja, aber... Er ist der König von Sony. Irgendwie fand ich's traurig. Ja. Ja, am 19.03., ähm, ja, Dark Souls 2 war gerade ein paar Tage raus. Da, äh, gab es ein Video im Netz, das herausstellte, dass Dark Souls 2 einen ziemlichen Grafik-Downgrade, äh, unterzogen wurde, denn, äh, ein Spieler war beim Spiegelritter angekommen. Ja. Der ja in den Trailern noch gezeigt wurde mit fetten Nicht-Effekten und man hat den Ritter in seinem Spiegel gesehen und alles. Ja, und dann kam man im Spiel an und es sah ziemlich trist aus, alles. Was wir dann auch bestätigt haben. Was wir auch bestätigen konnten. Weil, wir haben's ja letzt Played. Wie gesagt, ich bin nach wie vor jemand, der sagt, Grafik ist nicht das Wichtigste, aber diese Praxis, Sachen schöner zu zeigen, als, ähm, als sie dann letztendlich sind. So wie zum Beispiel Kärtenklamm. Ja. Das, äh, ja, geht. Ich weiß auch nicht, warum man's macht. Sie wissen auch, dass Dark Souls keine Reihe ist, die sich über die Grafik verkauft und warum man dann sowas macht. Es gibt ja die Theorie, dass das Level, als es gezeigt wurde, eben nur dieses Level fertig war und sie später gemerkt haben, oh, wir kriegen diese riesige Welt überhaupt nicht hin in dieser Grafik. Naja, aber jedenfalls, schade sowas. Und da können wir ja gleich noch mit abhandeln, im Mai dann natürlich der große Watchdogs-Grafik-Downgrade, der nochmal um einiges krasser ausgefallen ist, muss ich nur sagen. Es sah zwar trotzdem nicht schlecht aus, aber es war halt... Kein Vergleich zum ersten. Kein Vergleich zu damals. Watchdogs war eh so eine, ich sag mal, schon fast traurige Geschichte. Eine Reihe von, in Anführungszeichen, Missverständnissen. Ja, ja, genau. Ja. Ich bin trotzdem sehr gespannt, was noch aus der Reihe wird. Ja. Ja, wir stimmen ja Tom von ehemals Giga zu, wir glauben, der zweite Teil wird großartig. Ja. Ja, ähm, genau. Wir hatten vorhin diese gute Studie, dass immer mehr Disc-Version, also dass Disc-Version immer noch 75% der Spieler haben wollen. Am 1.4. kam eine Studie, die nicht so schön war, und zwar von Superdata, nämlich, dass der Markt für Mikrotransaktionen in Konsolenspielen in den USA wegen der letzten Jahre stetig gestiegen ist. Ah, stimmt. Also, da hat man, ich hab sie jetzt hier auch aufgeschrieben, ich verlinke euch die, da sieht man jedenfalls, dass wirklich mit jedem Jahr das, was an Geld für Mikrotransaktionen in Vollpreis spielen, ausgegeben wird, mit jedem Jahr mehr wird. Und das ist sehr bedenklich, und ich verstehe es einfach nicht, warum man sich Spiele kauft, um sie dann nicht zu spielen, sondern sich das über Mikrotransaktionen zu kaufen, den Fortschritt. Ich verstehe es einfach nicht. Das Problem ist halt wirklich auch daran, wenn die ganzen Publisher sehen und Entwickler, ach, ja, wir machen Vollpreis-Studie, die eh schon 60, 70 Euro kosten, und, hey, die kaufen ja trotzdem darin nochmal für 15 oder 100 Euro mal irgendwelche Sachen, egal ob es Auto oder ob es eine Knarre ist oder sonst irgendwas, dann machen wir es doch einfach noch mehr rein. Ja. Also, das ist doch bescheuert. Ich meine, früher hat man ein Spiel entwickelt, dann war das fertig, Ende. Man hat sich einmal gekauft, Ende. Es sei denn, es war ein MO, da hast du vielleicht ein Abogebühren pro Monat gehabt, aber da hast du trotzdem immer wieder neuen Content bekommen. Ja, und wir sagen es auch nochmal, wir haben nichts gegen gute DLCs oder so, aber dieser Scheiß, ja, Prisesta mit ihrem, mit ihrer Scheiß Pferderüstung in Oblivion, damit hat alles angefangen, weil die sich gut verkauft hat. Naja, und dann, danach geht es dann los mit Dead Space 3, wo wir dann auch schon mit diesen komischen Mikrotransaktionen angefangen hatten. Also, ja, das war ja schon, oh, das ist ja immer so eine Mikrotransaktion in anderen Spielen, die halt kostenlos sind. Das ist ja kein Problem, weil irgendwie müssen sie sich ja so ein bisschen verdienen. Und es gibt ja genug Spieler, wo halt dieses funktioniert, neben League of Legends zum Beispiel, da kaufst du mal Skins. Oder irgendwelche, äh, das hat schnell Geld verdient, oder auf Level 30 hochlevels. So, das werden wir geschnitten haben. Okay. Ähm, ja, also, das war halt schneller auf Level 30 hochlevels oder sonst irgendwas. Und da geht das Konzept halt auch, aber ich sage, nee, ob ich das ein kostenlos spielt, da verstehe ich das. Wenn es jetzt auch 60, 70 Euro kosten würde, dann wäre schon wieder so ein Ding, wo ich denke, ey, was soll der Scheiß? Ja, ja, und, ähm, am 11.04. kam auch was, was gar nicht geht. Oder gut fand ich, dass es verklagt wurde, aber was Bethesda sich geleistet hat, war nicht cool. Nämlich die Verbraucherzentrale, Bundesverband, hat Cinemax und Bethesda verklagt, wegen des Abo-Modells für The Elder Scrolls Online. Und was war passiert? Ähm, ich lese jetzt einfach mal den Originaltext von der GameStar vor. Ähm, dabei standen vor allem die Abonnentenpraktikungen von Cinemax online im Fokus. So wird den Spielern eine 30-tägige kostenlose Spielzeit versprochen, die doch erst dann nutzbar ist, wenn zuvor die gültigen Bank- bzw. Zahlungsdaten eingegeben werden. Einige Benutzer berichten darüber, dass nach der Eingabe ihre Kreditkarten oder Paypal-Konten umgehend durch eine Belastung für das Abonnement geprüft wurden. Zwar erfolgte danach stets eine Rückzahlungsbuchung, allerdings nicht immer zeitnah. Bei einigen Zahlungsarten ist die Rückbuchung nicht möglich. Ja, da wurde also quasi ein Abo in der Probezeit versteckt. Das ist der... Und sowas geht halt wirklich gar nicht. Und ich fand's wirklich gut, dass die Verbraucherzentrale damit ruhig gekommen ist und Cinemax diese Praxis einstellen musste in Deutschland. Ja. Das hatte ich gar nicht mal auf dem Schirm, aber stimmt, das war ja auch so ein Skandal wieder. Ja, am 16.04. hat Palm von der äußerst sympathischen Firma King, nur mal zur Erinnerung, das sind die Macher von Candy Crush Saga, die unter anderem das hervorragende Spiel The Banner Saga verklagt haben, weil Saga im Titel steht. Oh, das war so bescheuert. Ja, und der hat gesagt, dass in Zukunft alle Spiele auf Free-to-Play wechseln müssen, weil die Branche sonst keine Zukunft hat. Ja, das ist auch bescheuert. Sagt ein Mann, der wirklich Spiele macht, wo man merkt, dass da Herzblut und Leidenschaft drinsteckt, mit Candy Crush Saga. Ja. Das ist eine bescheuerte Aussage. Es müssen dann in Zukunft nicht alle Spiele auf Free-to-Play wechseln müssen. Äh, es gibt halt einige Spiele, also, die halt mittlerweile so ein bisschen veraltet sind, weiß ich, sowas wie WoW. Bevor es das letzte neue Add-on war, hab ich auch gedacht, WoW kann eigentlich nur noch hochkommen, wenn sie halt auf das Free-to-Play-Model umwechseln, weil dieses 15-Euro-Monat-Abo-Modell nicht wirklich aufgeht, also nicht mehr. Ja, und man hat sich geirrt. Man hat sich geirrt, dass das letzte Add-on, unterscheidst du, das letzte Add-on, ich hab wirklich wieder Bock bekommen, WoW zu zocken. Ja, ich nicht, aber das liegt auch daran, dass mich das Spiel nie so gepackt hat. Naja, früher hab ich da sehr viel gespielt. Ja, am 28.04. begann dann die große Naughty Dog-Kündigungswelle mit Amy Henning, die wir vor der Schmarten, die Kreativleiterin und Storyschreiberin. Dann folgte Justin Richmond, der Game Director von Uncharted 3. Dann Nate Wells, der Art Director von Uncharted 4, der im August aber zurückkehrte. Und am 28.04. dann noch der Lead Character Artist Michael Noland von Selassdorf was. Und da hat man sich irgendwie zwischendurch schon so ein bisschen Sorgen gemacht, was ist denn da los bei denen, dass irgendwie alle wichtigen Entwickler kündigen und woanders hingehen. Ist auch bis heute nicht geklärt, was da passiert ist. Aber ich sag mal so, ich mach mir jetzt nicht groß Sorgen, dass die nächsten Spiele von Naughty Dog jetzt schlecht werden. Naja. Ich glaub, die haben da genug Potenzial in der Hinterhand. Ich denk mal, es gab vielleicht auch nur irgendwelche Startereien einfach zwischen der Leitung und den einzelnen Entwicklern irgendwie. Also bei Amy Henning heißt es ja wohl, dass es an Uncharted 4 lag, weil sie die Story von Nathan Drake beendet haben wollte. Genau. Und sie gesagt haben, nein, wir packen ihn jetzt nochmal rein. Das war wohl so der... Ja, sie sich dann in ihrer kreativen Freiheit beschränkt gefühlt hat. Ob sie die jetzt bei EA ausgerechnet bekommt, wird man sehen. Aber EA, man sieht es ja in Dragon Age Inquisition, kommt jetzt hoffentlich gerade wieder in die Phase, wo sie wieder was gut machen müssen. Deswegen hoffe ich mal... Wie gesagt, ich erinnere mich immer an 2007, 2008. Da waren sie schon mal in der Phase, wo sie das mussten und sie haben abgeliefert. Ich baue darauf. Na, mal gucken. Ja. Dann sind wir schon im Mai. Das heißt schon, wir reden schon wieder in eine Dreiviertel... Über eine Dreiviertelstunde, ja. Dreiviertelstunde, ja. Ja, genau. Sony hatte nicht so gute Nachrichten. Ja, Sony erhöht Verlustprognose auf 900 Millionen Euro. Und das größtenteils im PC-Sektor. Ja, also das habe ich nur dazu gestimmt, dass es nicht an den Konsolen lag. Die Konsolen laufen sehr gut, aber dem Konzern Sony an sich geht es nicht besonders gut. Vor allem, da sie am 17.09. die Verlustprognosen nochmal auf 1,65 Milliarden hochgestaubt haben. Ja. Ja, also ich hoffe, dass das nicht so weitergeht. Nicht, dass ich irgendwann eine PS4 hier stehen habe und Sony kann es sich nicht mehr leisten, die PS4 weiter zu betreiben. Das wäre schlecht. Das kann ich mir aber auch nicht vorstellen, denn Sony ist doch eigentlich auch wieder mit sehr viel Geld noch. Ja, aber sie wurden letztens auch von diesen Rating-Agenturen da, die bestimmen, wie viel Kreditwürdigkeit man hat, wurden sie auf Ramsch-Niveau runtergestuft. Ach, okay. Also die müssen jetzt wirklich sehen, dass sie vielleicht mal ein paar Bereiche abschaffen und sie auf die konzentrieren, die gut laufen. Naja, Sony hat halt auch sehr viele Einbrüche gehabt, so wie Nintendo im Problem, aber Nintendo hat das ganze Geld in der Hinterhand durch die Wii. Sie war halt die meistverkaufte Konsole und halt auch durch den DS. Sony hat halt Verlust gemacht, vor allem durch die PS Vita. Ja, und ich muss auch wirklich immer wieder sagen, ich vergesse bei Sony ganz oft, dass die nicht nur ein Spielehersteller sind, sondern dass die auch Fernseher und alle in der Geräte und so machen. Und da ist halt momentan der Markt ziemlich, sag mal, heftig, weil es gibt mittlerweile sehr, sehr viele auch Fernsehersteller und auch vor allem, ich sag mal, billigere, die aber trotzdem gute Leistung bringen, während Sony halt immer noch so ein Markenprodukt mehr oder weniger ist. Ja, genau. Am 13.05., das habe ich jetzt nur mal so kurz als Beispiel für den Pre-Order-Wahnsinn geschrieben, am 13.05. wurde bekannt, dass 10 verschiedene Vorbesteller-Versionen von Watch Dogs im Umlauf waren und zwar die meisten davon wirklich mit exklusiven Inhalten. Und es ist doch Wahnsinn, wenn man Watch Dogs komplett haben wollte, musste man 10 Versionen kaufen im Prinzip. Also, das ist echt unfassbar. Ja, und das geht ja aber noch weiter. Ja, das habe ich jetzt nur mal als Beispiel, das ist noch ein Thema nächste Woche, dieser Vorbesteller-Wahnsinn. Ja, wollte ich nur mal so, das fand ich so diese Zahl. 10 verschiedene Versionen. Ja, für jede Konsole oder Plattform, sonst irgendwas immer eine. Ja. Ja. Ja, und dann eine Meldung, die mich sehr erheitert, aber auch verzweifelt mit dem Kopf hat schütteln lassen. Der Chef der EA-Mobilsparte, hat geäußert, dass Dungeon Keeper, ihr erinnert euch, dieser tolle Handy-Ableger von Dungeon Keeper? Ja, das war... Wo man auf ein Feld geklickt hat und dann hieß es, ja, das dauert jetzt zwei Tage oder bezahl Geld. Ja. Ähm, er hat gesagt, das war einfach zu innovativ. Ja. Und zwar original, in deutsch übersetzter Wortlaut. Äh, Dungeon Keeper ist an mehreren Dingen gescheitert. Ich denke, dass wir insbesondere keine gute Arbeit darin gemacht haben, mit den Fans über ihre Erwartungen bezüglich dessen zu sprechen, was Dungeon Keeper am besten sein sollte. Magen, ähm, Magen. Magen. Magen haben eine gewisse Schmerzgrenze, bis zu der man Änderungen an ihnen vornehmen kann und ich denke, dass wir einfach zu viel verändert oder einfach zu viele verschiedene Dinge probiert haben, für die die Leute noch nicht bereit waren. Boah. Damals ursprüngliche Dungeon Keeper. Ja. Äh, du konntest weniger machen als beim ursprünglichen Dungeon Keeper. Äh, und ja, dann halt, ja, du sollst da irgendwie zwei Tage warten, dafür, dass ein Block abgebaut wird. Äh, äh, äh. Vor allem, man merkt auch, dass man sich bei EA offenbar teilweise nicht gut abspricht, weil EA-Chef Wilson hatte vorher schon geäußert, dass er es beschämend fand, dass man die Fans nicht zufriedenstellen konnte. Ah, ja, okay. Und das fand ich eine gute Aussage und dann kommt ein paar Wochen später der hier an und sagt, oh, aber einfach zu innovativ. Naja, EA ist halt auch wirklich so ein riesen Ding, die, die werden sich niemals irgendwie ansprechen. Haben die Fans einfach nicht verstanden, was wir von ihnen wollten. Ne. Nämlich ihr Geld. Richtig. Haben die Fans einfach nicht verstanden. Ne, das war zu innovativ. Ja. Dass EA Geld haben möchte. Ja, dann am 17.07. hat Microsoft knapp 18.000 Mitarbeiter entlassen. Ah, ja. Größtenteils in der Xbox Entertainment Studio-Sparte, die nämlich geschlossen wurden. Also ihre ganze, daran sieht man, wie doll dieser TV-TV-TV-Plan gescheitert ist, weil die gesamte Sparte, die dafür verantwortlich war, wurde einfach restlos gestrichen. Ja. Und ja, hat jetzt nicht viel mit Gaming zu tun, aber ich wollte es mal erwähnen, weil es ist immer negativ, wenn 18.000 Menschen in den Arbeitsplatz verlieren, weil sich die große Firma verkalkuliert hat. Naja, und es besteht ja das, was wir gesagt haben, sie mussten halt Änderungen durchnehmen. Ja. Weil halt, ja, TV-TV-TV, das hat keine Sau interessiert. Dafür holt man sich keine Konsole für TV-TV-TV. Dafür hat man Fernseher. Fertig. Ja, ähm, dann etwas, was mich persönlich einfach irgendwie aufgelegt hat. Wie gesagt, ich habe eigentlich nichts mit dem Cloud-Streaming, wenn es dann irgendwann mal soweit ist und ich immer noch meine Spiele auf Disk kaufen darf, wenn ich das gerne möchte. Aber Square hat den Cloud-Streaming-Dienst Shinra angekündigt. Ja, das war richtig. Ja, und vor allem, schön war, dass in allen News-Meldungen natürlich stand, Square kündigt Shinra an. Und ich, oh geil, oh geil, oh geil. Ah, ein Cloud-Streaming. Ja. Ja, ja. Ja, und zwar soll dieser Dienst Spiele in High-End, an einem High-End-Computer berechnen lassen und somit immer High-End-Spiele darstellen können, auch wenn man keinen Computer, keine Konsole hat, die das kann. Ähm, genau. Und ich stehe halt Streaming immer noch skeptisch gegenüber, so ein bisschen, weil ich denke, okay, das bedeutet aber auch, wenn wir irgendwann nur noch bei Streaming sind, dass die Firma jederzeit sagen kann, nö, das Spiel gibt es jetzt nicht mehr und tschüss. Ja. Und der Name, ich finde, da spielen sie echt mit den Fans. Ja. Dass man dann sowas Shinra nennen muss. Ich kann euch nicht mal erklären, warum es mich so stört, aber Shinra ist aus Final Fantasy 7 und sollte nicht irgendwas sein, was in unserer heutigen Welt ein Cloud-Streaming-Dienst ist. Naja, sie haben natürlich, wie gesagt, du hast ja erst mal total, oh, geil, Schimmler, und da hast du halt sofort draufgeklickt und dann, oh, hm, ja. Und so ungefähr ist natürlich die Marketingstrategie, dass halt die Fans erstmal angelockt werden, um mal zu gucken und, ja, dann vielleicht überzeugt werden, aber eher halt nicht. Ja, da habe ich jetzt das genaue Datum nicht mehr gefunden, aber irgendwann in dem Dreh kam auch das sogenannte Squatting auf. Das heißt, dass Livestreamer bei Twitch, die gerade live gestreamt haben, von irgendwelchen Helden bei der Polizei gemeldet wurden, wegen angeblichen Waffenbesitzes. Und dann haben die sich tierisch gefreut, dass da Leute live vor der Kamera von Squat-Teams gestürmt und verhaftet wurden. Das war, boah. Wo ich so dachte, ey, was geht denn in manchen Menschen vor? Vor allem ist ja wirklich so, die Polizisten werden informiert, da ist einer mit Waffen, mit terroristischen Absichten. Dann stehen die vor der Tür und hören den Sound aus dem Spiel. Ja. Es war Counter-Strike in dem Fall, wo ich das Beispiel gesehen habe. Ich auch. Ja, und da wurde der halt sofort zu Boden gerissen, eine Waffe an den Kopf gerückt, und wenn das schief geht, wird der Typ erschossen. Ja, vor allem, also, das ist jetzt natürlich ja bösartig, aber in den USA sind die Polizisten eh immer sehr zittrig, was den Abzug angeht. Ja. Wie, als wir die neuesten Ereignisse bestätigen, also, dass da nichts Schlimmes passiert ist, grenzt schon wieder an ein Wunder fast, irgendwie. Dass da keiner großartig verletzt wurde, dass nur Sachschaden entstanden ist, irgendwie. Ja, und am 9.10. kam da noch was, was mich auch sehr verärgert hat. Da hatten wir das Spiel schon. Mhm. Und zwar hat der Journalist Jim Sterling veröffentlicht, dass Played Social, das ist die Social-Marketing-Sparte von Warner Bros. Ja. Wohl Abmachungen mit YouTubern getroffen hat, die vorab über das Spiel berichten durften und eben auch ein Spiel bekommen haben davon. Und sie durften aber nur was hochladen, wenn sie die Leute vom Kauf überzeugt haben, einen positiven Eindruck hinterlassen haben, auf die offizielle Webseite verwiesen haben. Und haben halt auch so merkwürdige Auflagen bekommen, wie dass sie nicht die Filme und die Bücher erwähnen durften. Wo man so denkt, äh, ihr macht ein Herr-der-Ringe-Spiel und sie dürfen nicht erwähnen, dass das von dieser coolen Marke ist. Ah ja. Das macht Sinn. Ähm, ja, und Warner hat sich vorbehalten, bzw. nicht Warner, sondern die Marketing-Firma, über jedes Video nochmal drüber zu gucken. Ansonsten durfte man keine Review-Version bekommen. Äh, ja, jetzt erinnere ich mich langsam wieder, stimmt. Das war ja auch wieder so ein Skandal-Ding. Und, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wer dennoch, äh, vorab Videos reingestellt hat, der sollte wohl auch mit Claims bestraft werden. Genau. Aber jetzt, wir sind jetzt nämlich gerade am Ende der negativen Sache, aber eine negative, ähm, Ding ist mir noch eingefallen, und zwar, ähm, Homefront 2. Ja. War nur noch. Stimmt, die große Crisis, äh, Crytek-Krise. Genau, die große Crytek-Krise war ja auch noch dieses Jahr. Ich weiß nicht genau, wann es eigentlich dieses Jahr angefangen hatte. Ja, so kurz nach der E3. Ja, irgendwie so war das, wo ja dann, äh, angekündigt, ach, warte nicht, auch der E3 haben sogar angekündigt gehabt. Nee, Homefront 2 ist schon länger, klar. Das war beim THQ-Verkauf, haben sie das angekündigt, dass sie das übernehmen. Ja, aber jedenfalls wurde mehr und mehr klar, äh, Crytek hat gar nicht mehr so viel Geld. Genau. Übrigens sind die Jally-Brüder, die beiden Besitzer, immer noch in ihren dicken Mercedes und so vorgefahren, und, naja, gut. Naja, einmal gekauft ist gekauft. Ja, ähm, ja, aber ich meine einfach vom Auftreten her, weißt du? Ja, ja. Wir haben Probleme und stellen sich da plötzlich hin, wir haben keine Probleme. Ja, ja, es ist total bescheuert. Und die ganze, also es war ja, wie gesagt, es hat ja irgendwann nach der E3 angefangen, wo die ersten Nachrichten kamen von Crytek, dass die anscheinend Geldprobleme haben, dass sie ihre Mitarbeiter nicht mehr richtig bezahlen können, dass die Mitarbeiter da schon seit Wochen auf ihre Lohnchecks warten, und halt wirklich selber Geldprobleme haben, weil sie halt nicht ordentlich bezahlt werden können. Ja, und vor allem hat auch zwischenzeitlich, glaube ich, so das halbe oder dreiviertel der Entwickler von Homefront, äh, haben das Studio verlassen. Ja. Haben gestreikt, haben gesagt, wir machen nicht mehr weiter. Und dementsprechend kommt das Spiel jetzt auch nicht mehr wie geplant dieses Jahr. Übrigens, mittlerweile wird es gelistet für den 30.12.2015. Ach, okay. Weil es ist schön, es sollte eigentlich jetzt rauskommen, ne? Am 30.12.2014 kommen, ja. Genau, es sollte ja eigentlich rauskommen schon dieses Jahr. Wo ja keiner mit daran geglaubt, dass das wieder dieses Jahr rauskommen soll. Also sie haben dann ja wohl Geldgeber bekommen. Ja. Aber ich muss auch sagen, natürlich will ich nicht, dass das Studio schließt, weil wie gesagt, da hängen Jobs dran und so weiter. Ich muss aber auch sagen, es gab noch kein Crytek-Spiel, wo ich gesagt habe, boah, das war jetzt aber, abgesehen von der Grafik, eine Wucht. Naja, ja, es ist das Spiel, irgendwie gesagt, es ging ja wirklich auch für Homefront 2 sämtliche Lieder, äh, 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 na hier, ähm, 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 Lieder, sag ich mal jetzt, raus. Also hier Art Design, der, äh, der Typ ist da rausgegangen und, und auch, äh, Storydings ist auch rausgegangen und so weiter. Und, äh, von Homefront 2 hat man bisher auch nichts weniger gesehen, außer diesen einen, äh, Trailer, beziehungsweise diesen einen Gameplay, äh, äh, Trailer, den sie da gezeigt haben. Und der sah jetzt, ne, naja, ich meine, der sei jetzt nicht so schlecht aus, aber auch nicht umwerfend. Aber auch nicht umwerfend, also es war jetzt nicht so, boah, wie geil. Vor allem Homefront ist auch so ein Titel, der von Wolltet nicht unbedingt jeder einen zweiten Teil hat. Ja, es waren halt viele, inklusive mir, gespannt, was sie aus dem zweiten Teil machen. Ja. Ja. Ja, und damit haben wir das Negative abgehakt. Falls wir noch was vergessen haben, könnt ihr sehr gerne nochmal in die Kommentarbox, könntest du gerne in die Kommentarbox reinschreiben. Äh, falls wir noch irgendwas, ja, wie gesagt, vergessen haben, irgendwie, denn schreibt es unten rein in die Kommentare. Ja, und damit sind wir jetzt bei den lustigen kleinen Skurrilitäten angekommen, die dieses Jahr so aufgetreten sind. Okay. Und gleich am 6.1. fand ich es sehr amüsant, dass Eltern ihre Tochter Talizora genannt haben. Ach, schön. Nach Talizora aus Mass Effect. Ja, meine Lieblingsfigur da. Ja, am 7.1. hat sich das englische Städtchen King's Langley zum Release der dritten Game of Thrones Staffel für eine Woche in King's Landing umbenannt. Ja, stimmt. Oder hat es zumindest beantragt. Das fand ich sehr, sehr lustig. Wie das offenbar ein ganzes Städtchen in so einem Hype für diese Serie war, dass sie sich einfach mal in King's Landing umbenannt haben. Ja, ich meine, wie gesagt, ich meine, King's Langley oder King's Landing, es hört sich ja wirklich sehr, sehr ähnlich an. Also, ein paar Buchstaben umtauschen, dann ist es ja schön. Ja, am 18.2. hat David Cage, wem der Name nicht sagt, das ist der Mann, der Fahrenheit, Heavy Rain und Beyond Two Souls erfunden hat. Zumindest ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis habe, weil ich seine Spieler eigentlich immer gut finde. Bis zu dem Punkt, wo die Logik einfach komplett zusammenbricht und alles keinen Sinn mehr macht. Ja, der wurde in die französische Irreligion aufgenommen. Das ist die höchste französische Auszeichnung, die man bekommen kann. Und die haben bisher unter anderem auch so Leute wie Shigeru Miyamoto. Okay. Und das ist sowas, was ich positiv, negativ und skurril zugleich finde. Auf jeden Fall skurril, dass man, ja, ein Spielentwickler halt so in die höchste Auszeichnung des Landes findet. Das ist das Positive. Negativ finde ich, und skurril finde ich, dass er in keinster Weise, er hält sich vielleicht für so ein Genie, aber in keinster Weise auf dem Level von Miyamoto, Kojima oder Co. ist. Also so Leuten, die wirklich Sachen erfunden haben, die die Spielelandschaft verändert haben. Naja. Und da gehört er mit seinen pseudo-diepen Spielen, Entschuldigung, falls das jemand anders sieht, für mich einfach nicht rein. Also ich fand die Spiele nicht schlecht. Nicht schlecht, aber das ist doch nichts, wofür man die höchste französische Auszeichnung bekommt. Das stimmt allerdings. Ich meine, Miyamoto zum Beispiel, der hat Nintendo erschaffen, im Prinzip, was sie heute sind. Naja. Ja, naja, gut. Ja, äußerst heitern fand ich, dass Sony an meinem Geburtstag, am 25.02. bekannt gab, dass sie die Verfilmung des Buches Console Wars übernehmen, das den Konsolenkrieg zwischen Sega und Nintendo Anfang der 90er thematisiert. Okay. Ja, dann fand ich, fand ich sehr lustig. Und der Regisseur wird übrigens der Regisseur von The Social Network. Oh, könnte ja nicht schlecht werden, der Film. Ja, aber das fand ich irgendwie so lustig, dass ausgerechnet Sony den Konsolenkrieg zwischen Sega und Nintendo verfilmt. Na, ob sie vielleicht denn nochmal eine Nebenrolle auf einmal einnehmen, so als dem Motto... Und dann kam Sony. Und dann kam Sony, alles platt gemacht. Ja, am 6.03. fand ich auch lustig, wurde ein Brettspiel von Portal angekündigt. Mhm, das habe ich nicht mitbekommen. Das sollte wohl Ende 2014 erscheinen, ich habe bis jetzt aber noch nicht wieder was davon gehört. Was zum Kickstarter-Ding? Mh, weiß ich gar nicht mehr. Nee, davon habe ich gar nicht gehört. Fand ich aber jedenfalls lustig. Ja, warum nicht? Ja, am 17.03. kam etwas, was uns beide sehr erheiztet. Oh, ja, das fand ich toll. Pikachu ist Japans, was Kottchen bei der WM. Ja, wie wir aus heutiger Sicht wissen, hat Pikachu... Kein Glück gebracht. Kein Glück gebracht, aber es war trotzdem, fand ich das super. Ja, aber generell, Pokémon ist ja, wie gesagt, eigentlich mit das erfolgreichste Spiele-Franchise der Welt. Ich glaube, das Einzige, was wirklich noch besser läuft, ist halt Mario. Ja, das glaube ich nicht mal. Ich glaube schon, dass Pokémon über Mario steht. Ich bin mir nicht sicher. Naja, jedenfalls... Ich habe da irgendwann eine Liste mal angeguckt. Es war Mario, glaube ich, war... Mario war noch vor Pokémon, aber Pokémon ist halt auf Platz 2 denn gleich. Und ja, Pokémon ist halt eh in Japan so das Ding überhaupt. Also, ja, also das ist halt... Ich meine, sie haben nicht umsonst Flugzeuge, wo sie halt ganze Pokémons, also Riesen drauf geklatscht haben. Und Pokémon Airlines und keine Ahnung was. Also, das ist immer wieder schön, dass sie sowas machen. Ja, am 26.03. kam dann die erste Collectors Edition eines Spiels ohne Spiel. Was? Nämlich Wolfenstein's The New Order, die Panzerhund Edition. Da gab es eine Kiste, so eine Militärkiste, den Panzerhund und Badges für 100 Euro, aber kein Spiel. Das Spiel war nicht drin? Das war im Prinzip eine Merchandise-Box. Oh, okay. Aber wurde als Special Edition? Nein, nein, es wurde vorher gesagt, dass es nicht drin ist, aber es war sehr merkwürdig, dass sie sagen, Wolfenstein's The New Order, die Panzerhund Edition ohne Spiel. Ach so, okay. Ja, hat sich bestimmt verkauft. Ja. Also, ja. Ja, dann hab ich mal ganz kurz so der Rundumschlag des Peter Molyneux. Wir alle lieben und hassen ihn. Er hat gesagt, Dungeon Keeper ist totaler Mist. Danach fand er Dungeon Keeper doch ganz cool. Dann hat er gesagt, dass Kinect ein Witz ist. Ich erinnere mal daran, dass einer von denen waren, die damals diese Demo gemacht haben, um zu zeigen, was mit Kinect alles möglich ist. Ja, jetzt ist übrigens neuerdings Kickstarter auch total scheiße, weil das hat ihm Godus versaut. Stimmt, ja. Ja, hätte er das ohne Kickstarter gemacht, hätte er den Leuten niemals so viel versprochen, vorher schon. Genau. Wo ich sagte, Peter Molyneux, du bist Peter Molyneux, du versprichst immer alles und hältst dann die Hilfe. Richtig. Ich fand von dieser Aussage, ja, also Kickstarter, das hemmt die Kreativität, weil man ja viel zu früh etwas zeigt. Und dann muss man das ja machen und kann es nicht noch umändern. Also ich muss sagen, ich fand ihn ja immer sehr sympathisch, weil er immer diese Leidenschaft fürs Spiel gemerkt hat. Und man hat immer den Eindruck, er verspricht viel zu viel, weil er das wirklich alles vorhat. Mittlerweile kriege ich ehrlich gesagt immer mehr den Eindruck, der ist ne kleine, nachtragende... Natürlich. Sau. Wenn irgendwas nicht funktioniert, dann ist er sauer. Ja, weil Microsoft ist das Schlimmste, was es gibt. Danach, äh, ja, Dungeon Keeper erst Mist, dann cool. Kinect erst war er so begeistert, jetzt ist es Mist. Also, ja, irgendwie... Meine Sympathie für diesen Mann schwindet immer mehr. Ich hab den noch nie wirklich mega sympathisch gehalten. Ja, dann nur ne kleine Randnotiz. Am 14.04. hat Formsoftware eine Statistik rausgegeben, dass nach einem Monat in Dark Souls 2 gab es 284 Millionen Spielertode. Und es wurden insgesamt 12,76 Milliarden Seelen verloren. Dazu haben wir einen guten Beitrag geleistet, was die Seelen angeht. Wir waren dabei. Ja, wir haben sehr viele Seelen verloren. Das ist ein Arbeitsschlag. Ja. Ja, am 17.04. hat Zenimax, die Mutterfirma von Bethesda, die Markenrechte an Nuka-Cola beantragt. Fand ich auch lustig, aus Fallout. Das war gut. Obwohl es auch sein kann, es gibt ja eine Seite, die hat Nuka-Cola verkauft. Es kann natürlich sein, dass sie es auch einfach nur gemacht haben, um das zu unterbinden. Das kann sein, wer weiß. Da muss aber nie, weil irgendwas hat man davon gehört, oder? Von Nuka-Cola. Nee, das ist ja nicht. Ja, am 27.04. haben zwei Spieler in Minecraft komplett dänemark nachgebaut, in Originalgröße war es. Ja, in Originalgröße. Das war halt wirklich sehr krass. Ja, nur vier Tage später, am 1.05. wurde das dann von Spielern gesprengt und USA-Flaggen da drauf platziert. Ja, das war halt das Problem. Also, sie haben immer noch, sobald ich das verstanden habe, haben sie immer noch ein Backup von der gesamten Map. Aber sie haben halt eine Map aus Versehen, glaube ich was, oder Spieler haben sich reingehackt. Nee, sie haben TNT auf der Karte verboten, aber es gibt irgendwie wohl so Lohren in Bergwerken, wo man TNT reinmachen kann. Und die haben sie vergessen zu deaktivieren, ja. Und dann haben ein paar Amis die ganze Karte gesprengt und Amerika-Flaggen platziert. Ja. Was irgendwie lustig und traurig zugleich ist. Das stimmt wohl, aber es ist ein verrücktes Projekt generell gewesen, dass halt zwei Leute, ich meine, komplett Dänemark. Ich meine, Dänemark ist natürlich vielleicht das größte, aber trotzdem, es war halt Originalgröße. Ja. Also, das war krass. Ja, hier, ne? Jetzt hier so die Publisher alle mit, oh, wir haben Paris und Originalgröße. Ja, Paris, mach mal Dänemark. Ja. Naja. Assassin's Creed Dänemark. Sehr gut. Der dänische Assassine. Das fällt mir gut vor. Ja. Schön. Ja, am 15.05. gab, naja, oder von Beginn des Jahres bis 15.05. gab es einen Rechtsstreit zwischen 3D Realms und Gearbox, um Duke Nukem Mass Destruction. Das hatte 3D Realms, die ursprünglichen Erfinder von Duke Nukem, nämlich einfach angekündigt. Was sie dabei vergessen haben, ist, dass die Markenrechte bei Gearbox liegen. Wo ich auch wieder so dachte, wie kann denn das sein? Wie kann man denn ein Spiel ankündigen, für das man die Rechte nicht hat? Man kann's probieren. Ja, Gearbox hat verklagt, hat gewonnen und am 15.05. wurde das Ganze dann zu Bombshell umbenannt. Mit dem wohl miesesten Trailer des gesamten Jahres. Oh ja, das war das Schlimmste. Seitdem hat man nie wieder was davon gehört, oder? Ich werde euch das verlinken, dann brauchen wir nicht drauf eingehen, warum das so schrecklich ist. Es war schrecklich. Oh, das war das Schrecklichste. Ja, wir bleiben gleich bei Klagen. Am 15.05. ebenfalls hat Philips Nintendo verklagt und einen Verkaufsstopp aller Geräte, die die Klage betrifft, also theoretisch die Wii und die Wii U, wollten sie verbieten. Ja. Genau, denn konkret soll es sich um ein Patent für ein Gerät zur virtuellen Körpersteuerung handeln, mit dem sich Steuerungsschnittstellen durch intuitive Bewegungen steuern lassen. Ja, das war die Klage. Das ist eine Beschreibung, die allerdings eigentlich auch auf die Kinect-Sensoren von Microsoft zugrifft. Aber sie haben halt nur Nintendo. Aber nur Nintendo. Und es ist ihnen halt auch einfach mal, nachdem die Wii-Generation vorbei ist, eingefallen. Eingefallen, ja. Also ich hasse sowas einfach. Und dann vor allem Verkaufsstopp aller Geräte. Also sie wollten eigentlich den Tod Nintendos haben. Ja, zwischen Philips und Nintendo gab es ja auch mal Streit. Wahrscheinlich ist das jetzt so die späte Rache eines verbitterten... Aber es ist nicht schon die Klage schon wieder abgebrochen? Ja, das ist nicht durchgekommen. Naja, das war... Ja. Es war genau, stimmt. Diese Klage... Ich weiß doch, das war ja auch wieder so ein Hinweis, wo alle gesagt haben, okay, Nintendo ist am Arsch. Nintendo wird langsam runtergehen irgendwie so. Weil wenn sie damit Recht bekommen hätten, was ja durchaus möglich wäre in der USA, sag ich mal, dann wäre Nintendo ziemlich am Arsch gewesen. Ja. Ja, am 3.6. hat ein Spieler Dark Souls 2 mit Glitches in 20 Minuten durchgespielt. Naja, wir haben... Wie viel haben wir vorhin gesagt? 53 oder so. Ja, 53 Stunden, 20 Minuten. Das Video war sehr unterhaltsam. Ja. Mittlerweile gibt es einen neuen Speedrunner-Rekord ohne Glitches. Was hast du gesagt? Eine Stunde oder so? Er hat es wirklich... In einer Stunde hat er es geschafft. Ich habe mir das Video angeguckt, es war abartig. Also wirklich, welche Sachen man einfach ausgeben konnte oder wie man das halt schneller beschleunigen konnte. Wir haben halt bei unserem Spieldurchlauf gedacht, wir müssen halt alle vier großen Seelen sammeln, damit halt das Spiel überhaupt weitergeht. Also das muss man ja machen. Aber man kann es auch einfach so machen, man kann immer wieder in einen und denselben Boss legen und den halt immer mit einem Asketenleuchttur wiederbeleben. So kann man halt viermal einen dieselbe Bossseele holen, das geht aber auch als vier große Seelen. Ja. Und so hat das halt in Null Cornix sogar, muss man noch dazu sagen, sogar mit DLC. Er hat sogar noch eines der DLCs hat er komplett durchgemacht. Nicht schlecht. Ja. Ja, am 13.06. hat sich die LA Times einen witzigen Fehler geleistet. Und zwar titelten sie im Titel Nintendo kündigt die weiße Playstation 4 an. Am Anfang des Artikels schreiben sie dann nochmal, dass die Playstation von Nintendo ist. Und später im Artikel steht dann richtigerweise Sony. Ah ja. Und Peter Moore von EA, den wir vorhin noch gescholten haben, hat dann einen lustigen Tweet abgesendet. Und zwar Ich frage mich, ob Sony von dieser interessanten Entwicklung weiß. Tja. Wäre lustig gewesen. Ja. Am 17.06. fand ich einfach ganz interessant, gab es eine US-Studie, der zufolge weibliche Spieler eher akzeptiert werden, wenn sie ein höfliches und liebes Verhalten an den Tag legen. Und bei männlichen Spielern ist genau das Gegenteil der Fall. Also sprich, wenn sie Arschlöcher sind, dann werden sie eher akzeptiert. Genau, dann werden sie als stark und männlich gesehen und werden eher akzeptiert. Und zwar war das eine Gemeinschaftsstudie der Virginia Polytechnic Institute und der State University und der Ohio State University, sowie der Pennsylvania State University. Die haben Modern Warfare 3 gespielt und danach einfach Freundschaftsanfragen an ihre Mitspieler geschickt. Und A, Frauen wurden häufiger angenommen. Warum bloß? Und zwar eher, wenn sie freundlich waren. Und bei Männern war es genau das Gegenteil. Die wurden eher angenommen, wenn sie sehr aggressiv und wütend gespielt haben. Echt? Ja. Das habe ich gar nicht mitbekommen. An dich irgendwie sehr, sehr, sehr interessant und witzig. Das ist ja geil. Ja. Naja, wahrscheinlich... Und ich glaube es unbesehen. Wenn ich mir die Spiele angucke online, ich glaube es unbesehen. Auf jeden Fall, das könnte es durchaus sein. Falls es einer kennt, das Video. Es gibt so ein Video, wo eine Battlefield-Runde ist. Und dann gibt sich eine der Spielerinnen als Frau zu erkennen, in dem sie im Voice-Chat was sagt. Und sagt, sie braucht Medikit. Und alle Männer rennen hin und werfen ihr Medi-Packs hin. Wo ich denke, oh Gott ey, das Klischee wird bestätigt wie sonst was. Wirklich. Es ist generell bei jeglichem Spiel. Es ist auch bei League of Legends auch so ein Fall. Wenn man da auf einmal mitbekommt, da ist wirklich eine echte Frau irgendwie im Team. Du hast immer mindestens einen Kerl dabei, der die ganze Zeit immer nur auf diese Frau fixiert ist. Egal ob es jetzt im gegnerischen oder im eigenen Team. Das ist abartig. Ja. Naja. Ja, am 25.06. gab DICE zu, dass sie nicht wissen, was an Bad Company gut war. Und zwar sagte irgendwer, werde ich bestimmt gleich finden, wer es war. Genau, es war Karl Magnus Trudson, der DICE-Chef. Trudson. Es gibt eine Sache, die Bad Company ein wenig aufhält. Bad Company 3. Wir fragen uns selbst, was genau es ist, dass die Spieler so an Bad Company mochten. Einige Leute sagen, dass sie die Mehrspielersteuerung schneller und direkter fanden. Andere wiederum mochten den Einzelspieler-Part, die Charaktere und den Humor. Die Leute mögen einfach verschiedene Dinge daran. Ja, und dann haben sie halt noch so, dass es nicht so leicht ist, das zurückzubringen und so. Also, das Entwicklerstudio weiß nicht, was an Bad Company gut war. Sie wissen nicht, was sie gut gemacht haben. Ja. Das ist doch absurd. Das ist faszinierend. Ja. Sie haben halt ein Spiel entwickelt und haben gedacht, das könnte gut sein, das könnte gut sein, das könnte gut sein. Sie haben es rausgeworfen, haben gesagt, geil, verkauft sich. Nächstes Spiel läuft nicht ganz so gut. Hm, die kommen jetzt zu den Wurzeln wieder zurück. Also ja, da musste ich wieder sehr lachen. Oh ja, oh, das war so geil. Hat Nancy Lohan dann Rockstar endgültig verklagt. Oh ja, endgültig, ja. Im Dezember 2013 hat sie die Klage ja schon aufrufen lassen. Und zwar geht es zum einen um die blonde Dame auf dem Cover, die das Victory-Zeichen hält. Genau, weil sie hat ja... Warte, erstmal war das ja ihrem Ebenbild nachempfunden. Ja, das ist das erste Bild. Und das, dabei ist sie geblieben, obwohl Rockstar die echte Schauspielerin nennen konnte und die sogar den Paycheck vorweisen konnte. Ja, den Original-Paycheck. Dann war er das nächste, dass dieses Victory-Zeichen, das die Frau halt dort macht, dass Lohan das halt auch gemacht hat. Oft, oft, oft getan hat sie das gesagt. Also, dieses Zeichen ist ein Markenzeichen von mir. Das Victory-Zeichen. Ihr wisst schon, das Victory. Also, ne? Das V. Ja, das V. Dann hat sie gesagt, das gehört zu ihr. Also, wie bescheuert es denn das? Ja. Ja, außerdem hat sie sich in der Paparazzi-Mission mit dem Sextape wiedererkannt. Das fand ich auch so lustig. Ey, wie selber, wie muss man sich denn selber bemütigen? Und natürlich wurden auch Kleidungen, Outfits, Modelinienprodukte in Form von Hüten, Haarschnitten, Sonnenbrillen und Jeanshorts, an denen Lohan die Rechte besitzt, benutzt. Natürlich. Natürlich. Also, alles aus GTA war irgendwie Lohan. Ja. Also, das war so lustig. Und auch Rockstar selber hat sich ja einfach nur lustig darüber gemacht. Ja, die haben es überhaupt nicht ernst genommen. Generell, keiner hat es ernst genommen. Ja, also diese Frau, und vor allem, die ist mittlerweile 27. Ich dachte, so wie die aussieht, denkbar, die ist 50. Ja. Die ist so ein... Ja, man darf ja nicht... Kein Rufmord hier, aber... Ne? Sie hat ja mit Drogen und so schon ein bisschen was zu tun gehabt. Und das merkt man dann. Man kann doch sagen, sie ist ein Drack. Ja. Also, sorry. Alle Welt macht sich über Lohan lustig. Ja. Die gesamten Amerikaner. Es gibt keinen amerikanischen Comedy-Typen, der nicht mindestens einen Witz im Programm hat, über Lohan. Ja. Also... Ja, wir hatten ja von Dark Souls mit einer Stunde und 20 Minuten. Das ist ja ein Witz. Ja. Also, am dritten Siebten hat ein Speedrunner Ground Zeroes, Metal Gear Solid 5, den Prolog sozusagen in vier Minuten mit S-Rang geschafft. Was? Ja. Wie das? Wir haben uns einfach durchgerannt, wussten genau, wo er langen muss. Und wenn man entdeckt wird, geht man ja in Zeitlupe. Ja. Und er hat dann einfach jeden in dieser Zeitlupe erwischt, wurde dementsprechend nicht entdeckt, in Anführungszeichen, weil kein Alarm ausgelöst wurde. Und es in vier Minuten da durchgerannt, hat einen S-Rang bekommen. Ja. Ja. Wie viele sich mehrere Missionen, die man machen muss, um das zu... Bei Ground Zero ist ja eine große Mission, die, wenn man sie langsam spielt, so zwei Stunden dauert, er hat es in vier Minuten so gemacht. Oh. Ja, ich verlinke euch natürlich auch das, ich hab's mir extra rausgeschrieben. Das muss ich mir selber angucken. Ja. Wow, nicht schlecht. Ja, dann am 4.7. gab es für einen Tag Bezahl-Demos von EA auf der Xbox One. Ähm, ja, das war angeblich ein Systemfehler. Ja, ein Systemfehler. Wo man dann 4,99 für die FIFA 15 Demo zahlen durfte. Ja. Ja, das ist... Der Systemfehler schreibt einfach willkürlich Zahlen vor Demos. Ja, natürlich, ja. Na gut, aber sie haben offenbar gemerkt, dass es großen Gegenwind gegen diesen Systemfehler gab und der Systemfehler wurde glücklicherweise behoben. Das ist gut, dass sie behoben haben, ja. Ja, ja, das ist sehr gut. Ja, so, wir sind fast durch. Am 9.7. ist völlig extrem witzig. E-Rail-Mess-In wurde in Japan geschnitten, veröffentlicht. Und im Nachhinein dann wieder ungeschnitten gepatcht, um... Ähm, zu vermeiden, dass Verkaufs- und Werbungslimitierungen auftreten. Weil in Japan ist man wohl offensichtlich mit Gewalt so ein bisschen wie in Deutschland. Das war das zu krass. Und sie hätten es nicht bewerben dürfen und es hätte halt nur unter der Ladentheke verkauft werden dürfen. Deshalb haben sie es geschnitten, veröffentlicht und dann einfach via Patch wieder ungeschnitten gepatcht. Und da gab es kein Ärger? Nein. Das hat funktioniert, sie durften es bewerben, alles. Fand ich super geil. Wow, geile Idee. Ich meine, super scheiße für alle, die kein Internet haben. Ja. Aber, ja. Das ist geil, das ist eine geniale Idee. Würde sowas auch in Deutschland funktionieren? Ich glaube, nein, in Deutschland ist ja, da ist ja zum Beispiel, war es ja, dass du hast, Gears of War 3, wo wir rauskommen. Der DLC aber nicht. Und wenn man den DLC gedownloadet hat, war irgendwie was, dass die Version nicht mehr ging oder so. Also in Deutschland wird sowas kontrolliert. Schade. Ja. Fand ich aber extrem... Eine geile Idee. Ja. Aber Japan hat sich doch eigentlich nicht so heftig mit Gewalt... Da war es offenbar so. War anscheinend zu übertrieben. Ja. Ich meine, der wird ja Eel Within ist heftig, ja. Ja. Ach. Am ersten Aachen... Amazon-Kunde verklagt Amazon wegen verfassungsfeindlicher Symbole in Turning Point, obwohl er sich extra die Import-Version geholt hat. Ja. Was? Ein Mann hat sich, das hat sogar die Build berichtet darüber, ja, wir waren in der Medien, hat sich das Spiel Turning Point in der UK-Version gekauft. Ach. Weil er es ungeschnitten haben wollte. Genau. Nun ist in Turning Point sind aber verfassungsfeindliche Symbole, die in Deutschland rausgeschnitten sind. Nun hat er das Spiel angemacht und hat lauter verfassungsfeindliche Symbole entdeckt und hat daraufhin Amazon verklagt, weil sie ein Spiel mit verfassungsfeindlichen Symbolen anbieten. Obwohl er sich extra die Import-Version gekauft hat. Ja, und er wollte dann von Amazon, dass sie das aus dem Sortiment nehmen. Wenn sie das nicht machten, dann verklagt er sie. Natürlich ist er damit nicht durchgekommen. Ja, ich glaube aber, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube aber sogar, dass Amazon die UK-Version wirklich rausgenommen hat. Echt? Weil sie keinen Stress wollten. Hm. Menschliche Dummheit. Ja. Ja. Dann am 1908. Etwas, was ich mittlerweile, wo ich aufatme. Aber ich war kurz etwas schockiert, dass der Destiny-Autor an Game of Thrones von Telltale arbeitet. Ach, das hat er gemacht? Das habe ich gelesen und dachte so, oh, meine Zuversicht schwindet gerade in bahnbrechender Geschwindigkeit. Was, wieso denn? Ich meine, Destiny, der steckt so vorderen. Leute, ich sage euch, ich habe mittlerweile die erste Episode gespielt von Game of Thrones, die ihr euch übrigens natürlich bei uns auf dem Kanal anschauen könnt. Zwinker, zwinker. Und sie ist hervorragend. Also war das nur eine vorübergehende Sorge. Aber skurril finde ich es trotzdem. Der kann ja offenbar was. Der kann ja anscheinend was. Aber man hat ja auch gehört, dass er wohl offenbar zwei Wochen vor Ende der Entwicklung ja erst in Destiny reingeholt wurde. Ja, genau. Also, ja, Destiny kommen wir nochmal später zu. Oh, ja. Ja, am 23.8. hat sich Phil Fisch aus der Branche zurückgezogen. Diesmal angeblich endgültig. Der Entwickler von FES. Das hat er schon so oft gesagt, oder? Diesmal, nachdem angeblich seine Daten von seiner Seite Polytron gehackt wurden und ins Internet gestellt wurden. Allerdings war es auch hier wieder sehr komisch, dass die Ankündigung, dass er sich zurückzieht wegen dem Hack, sofort nach dem Hack kam. Also wirklich exakt, so schnell hätten, also als die Seite gehackt wurde, so schnell hätte, hätten die das gar nicht online stellen können. Ja. Eigentlich. Also es war wieder sehr merkwürdig. Aber jedenfalls, er zieht sich angeblich mal wieder zurück. Er verkauft Polytron. Ja, ja. Was, glaube ich, bis heute nicht verkauft wurde. Richtig. Das will auch keiner sagen. Ja, aber er ist zumindest seitdem mal ein paar Monate nicht aufgetaucht. Das ist schon... Hat er sich immer wirklich zurückgezogen? Man weiß es nicht, aber ja, Phil Fisch ist echt so eine Klasse für sich. Der Name allein finde ich sehr, sehr lustig. Ja gut, dafür kann er ja nichts, aber... Ja. Oh Gott, ja, denn am 29.8. Ankündigung des New 3DS. Ja. Jetzt werdet ihr fragen, was? Ja. Ja, denn jetzt werdet ihr fragen, oh, es gab einen neuen 3DS. Ja, und zwar den New 3DS. Ja, ein neuer Handheld, im Prinzip ein neuer Handheld, weil es halt ein 3DS mit verbesserter CPU und dem zweiten Analogstick und zusätzlichen Schultertasten und aufgrund der besseren Leistung gibt es auch Kompatibilitätsunterschiede. Das heißt, Spiele vom New 3DS kann man nicht auf dem 3DS spielen. Richtig. Das heißt, das ist im Prinzip ein neuer Handheld. Mit dem Namen New 3DS. Ja, aber Nintendo hat wieder den dümmsten Namen, den man nur sich aussuchen kann, genommen. Und ja, jetzt, ja, wie es schon oft gesagt wurde, wir sehen schon die Gespräche in den Läden kommen, ich hätte gerne den neuen 3DS. Meinen Sie den neuen 3DS oder die neue Version vom 3DS? Naja, ich meine den neuen 3DS. Ich meine den New 3DS. Ja, der, der, na, von Kiga, äh, ähm, Robin, genau, Robin von Kiga hat das sehr, sehr schön in einem seiner Videos gesagt, äh, gesagt, äh, ja, ich will es mir wirklich so eine Gespräche entstanden, entstehen würde jetzt über Weihnachten, wenn er halt wirklich so ein kleines Kind versucht, dem Opa zu erklären, dass es den New 3DS haben möchte. Naja, gut, ähm, übers Jahr verteilt habe ich nochmal so ein paar YouTuber-Sachen rausgeschrieben, äh, äh, rausgeschrieben, nicht ganz lustig fand. Zum Beispiel hat der YouTuber Manny, a true nerd, ähm, sich die Aufgabe gesetzt, Fallout 3, in Fallout 3, alle NPCs zu töten. Okay. Mit dem Ziel, das Spiel auszureizen und so zu erleben wie beim ersten Mal. Also er wollte halt probieren, ob das geht, wie das Spiel reagiert, ob das Spiel dann völlig zusammenbricht, wenn man das macht. Es war jetzt also kein mordlösterner Spieler, der einfach alle umbringen wollte, sondern es war halt sozusagen ein Experiment. Und derselbe Mensch hat danach Mars Effect 1 ohne einen einzigen Schuss durchgespielt. Was? Ja. Wie kam das? Und er will alle drei ohne Schuss durchspielen, ja, nur mit Biotikkräften und so. Achso, nur mit, achso, okay, nur mit Biotikkräften. Aber ohne einen Schuss hat er Teil 1 durchgespielt und schon hochgeladen. Wow. Und will auch noch zwei und drei so durchspielen. Nicht schlecht. Ja, und auch im Verlauf des Jahres, das zweite Mal war es im Oktober, hat der Streamer Bursley oder Bursley Dark Souls 1 und 2 mit dem Guitar Hero Controller durchgespielt. Das war das geilste. Und wirklich so geil. Also er konnte nur links laufen, er konnte bestimmt Sachen nicht machen und er hat halt einfach zwei der schwersten Spiele dieser Generation mit dem Guitar Hero Controller durchgespielt. Er ist natürlich öfters gestorben und so weiter. Ja, klar. Das war jetzt einfach hier, es hat aber, äh, ich finde es so geil, es gibt, äh, von, von, was hier, Screen Junkies, glaube ich, war es, ähm, die machen ja immer so eine gerne Honest Trailer, sind auch Honest Game Trailer, das machen wir für Smosh Games, ja. Und da haben wir auch für Dark Souls ja auch gemacht und ich fand das so geil, der Spruch am Ende so, ähm, äh, wie war es, ach genau, naja, Speedrun von Dark Souls, versuchst mal mit dem Guitar Hero Controller, komm, stell ein Video ein Blum von den Typen wieder, mit dem Guitar Hero Controller gerade im letzten Bosnick, ah, nun, das ist beeindruckend. Allein diese Aufgabe, sich selber zu stellen, wie, wie, wie man darauf kommt. Also, Spieler kommen schon auf coole Ideen manchmal, muss man sagen. Also, das war wirklich beeindruckend, ja. Ja, und am 11.9. fröne ich nochmal den Kojima tun, ach Gott, okay. Und zwar hatte Kojima im Vorfeld der TGS, ähm, eine neue Metal Gear Collection angekündigt und hat damit einigen Rage ausgelöst, weil die Leute so gesagt haben, war es schon wieder, es gab doch erst die HD Collection und dann gab es die Legacy Collection, was soll denn das jetzt schon wieder für eine Collection sein? Ja, dann kam die TGS und es entpuppte sich als Modelinie. Oh Gott. Fand ich großartig, das war wieder so, so ein Trollen. Er reizt aber auch die Fans, macht das auch so, oder? Auf den Ende. Ich muss wirklich, ich muss wirklich sehr lachen. Großartig. Und die sehen gar nicht mal so schlecht aus, die Klamotten. Ja, damit haben wir diesen ersten ganz, ganz winzigen Teil geschafft. Ja, in einer Stunde 23, war so etwa, wie ich gedacht hatte, muss ich sagen. Das hast du schon vorher abgespeichert, einmal eine halbe Stunde, oder? Ja, aber wir haben danach weiter aufgenommen. Achso, okay. Also, ja, habt ihr noch irgendwelche News, die wir vergessen haben, die euch dieses Jahr bewegt haben, wo ihr euch aufgeregt habt? Oder die ihr toll fandet, oder die ihr einfach nur extrem merkwürdig und skurril fandet? Ich überlege gerade, ob es noch irgendwas mit den Jungs der Vergangenheit ist nochmal? Nee, zuletzt, was wir halt leider jetzt nicht mehr reinnehmen können, heute, das heißt, wenn ihr das hört, gestern waren ja die Game Awards, wo es zwölf Weltpremieren geben soll. Ja. Können wir jetzt leider nicht mehr mit reinnehmen, aber, ja, da informieren wir euch dann vielleicht nochmal drüber, aber ihr könnt ja auch selber ganz gut lesen. Genau. Ähm, ja, ansonsten, würde ich sagen, wir mal, der Negativ ist, wir haben auch schon erstens, mit Unity, mit denen, das halt, das kommt ja alles, das kommt ja auch über die ganzen Spiele, obwohl, also das Einzige, das nur so einfällt, generell, welchen Trenden oder ein Spieleentwickler haben, ähm, das ist eigentlich noch was von Negatives, nicht was Skurrilem, ähm, ähm, und zwar, dass halt Spieleentwickler momentan irgendwie diesen Trend haben. Wir bringen unser Spiel raus, aber es muss am ersten Tag ein 5-Gigabyte-Patch dafür sein. Das alles und noch mehr hört ihr dann in unserem Podcast nächste Woche, wo es so um die Themen, die Aufreger, die Grundsatzdebatten dieses Jahres geht. Ja. Dann wird auch dieses Thema beleuchtet werden. Oh ja, also ihr werdet wahrscheinlich nächste Woche sehr viel Rant hören. Ja. Und dann hören wir uns nächste Woche oder sehen uns bei einem unserer anderen Projekte. Bis dann, euer Gauton. Und noch einen schönen Nikolaus euch allen, euer SoRamen. Ciao.